Du bist 21, 22 Jahre alt und spielst in der Champions League im zweiten Spiel gegen Barcelona. Und vorne spielt Ronaldinho, Terri Henry und Messi. Der mir dann in einem Gespräch signalisiert hat, dass es besser wäre, wenn ich den Verein verlasse. Du bist zu Leverkusen zurückgegangen und dort gibt es eine ganz wilde Statistik. Du hast einen Rekord, 6 Elfmeter vor Ursache. Wenn einer sagt, ich kann was nicht, dann werde ich es ihm beweisen, dass das ein Fehler war, das, was er da gesagt hat. Was glaubst du, was ist wahrscheinlicher? Leverkusen wird Meister oder Stuttgart erreicht die Champions League Plätze? Wer ist für dich der beste Trainer der Welt? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Roberto Hilbert. Hi, servus. Freut mich, dass du da bist oder beziehungsweise danke, dass ich da sein darf. Gerne. Herzlich willkommen in Fürst. Ja, war noch nie gewesen, muss ich sagen. Bin gespannt, wir gucken danach noch. Da muss ich kommen. Warst du schon mal in Berlin? Abgesehen jetzt vom Fußball? Ja, auch mal privat mit der Familie. Und? Groß, aber ich bin es aus Istanbul gewohnt. Also von daher alles gut. Aber ich glaube, zu Istanbul kommen wir nochmal sprechen. 430, also ein bisschen mehr als 430 Profispieler hast du gemacht. Bayer Leverkusen, Stuttgart. Kreuter führt. Besiktas, Istanbul. Verrückte Karriere. Absolut. Lass uns mal direkt anfangen mit einer wichtigen Frage, die ich eigentlich jedem stelle. Wie bist du überhaupt zum Fußballspielen gekommen? Das war bei uns gang und gäbe, Bolzplatzkind. Also ich bin doch die Generation Bolzplatzkind. Und für uns gab es nichts anderes. In der Schule, nach der Schule raus, Schuhranzen oder Schultasche in die Ecke schmeißen auf den Bolzplatz. Für mich war das immer der größte Traum, Fußballprofi zu werden. Und das hat geklappt? Zum Glück. Besser als gedacht. Also ich habe es nicht geschafft. Ich war auch ein Bolzplatzkind, leider. Also ich bin mit 5 damals in meinem Heimatverein, also in meiner Heimatstadt, bei der Spielverein hier in Vorheim. Das ist nicht weit von hier aus, von Fürth aus entfernt. Da habe ich das Kicken angefangen. Bin dann zum anderen Profiklub, relativ jung. Den Namen muss ich jetzt nicht unbedingt hier nennen. Dann wieder nach Vorheim zurück. Da einfach, weil die Distanz dann von zu Hause zum Trainingsort dann zu groß war. Meine Eltern bzw. Mama konnte da nicht immer fahren. Mit dem Zug noch ein bisschen zu jung. Und dann nochmal einen Schritt zurück gemacht. Ja, und dann ging die Karriere letztendlich so richtig los, entführt. Und hier habe ich dann so diesen Weg eingeschlagen. Ich will jetzt und ich werde jetzt auch Profi. Freunde der Sonne, kurze Unterbrechung des Videos. Und nein, es ist keine Werbung für alle, die jetzt skippen wollten. Sondern ich habe mir für euch da draußen was sehr, sehr Geiles überlegt. Ein kleines Gewinnspiel für den extremen Support in den letzten Wochen. Wir stehen kurz vor den 10.000 Abonnenten. Und zwar werde ich ein signiertes Heimtrikot von der Spielvereinigung Gräuterfühlt verlosen. Unterschrieben von Roberto. Und weil das nicht genug ist und G für Gönnen steht, habe ich mir noch was sehr, sehr Geiles überlegt. Und zwar habe ich hier 5 Wunschgutscheine im Wert von 150 Euro für euch besorgt. Und werde sie auch an euch verlosen. Wir haben hier einmal 4 Gutscheine im Wert von 25 Euro. Und einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, diesen YouTube-Kanal abonnieren. Mir bei Instagram folgen. Like auf das Video dalassen. Und kommentieren irgendwas Schönes, was ihr von dem Video hält. Und natürlich haben wir auch ein sehr, sehr geiles Behind-the-Scenes-Video für euch gedreht. Wie ich bei Roberto ankomme. Wie wir ein bisschen das Training filmen. Wir werden das Stadion zeigen. Dieses Video kommt nächste Woche Sonntag raus. Wer das Trikot und natürlich auch die Wunschgutscheine gewonnen hat, wird im Behind-the-Scenes-Video aufgelöst. Liked das Video, kommentiert es, folgt mir auf Instagram und auf YouTube. Und dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel mit dabei. Und ich will gar nicht weiter drum herum reden. Viel Spaß mit dem Video. Würdest du sagen, man hat früh schon gemerkt, dass du besser bist als alle anderen? Oder hat sich das irgendwie herauskristallisiert in deiner Jugendzeit, bevor du dann auch hier bei Fürth warst? Oder auch bei dem anderen Club, den du nicht schnell magst? Ne, da haben sie mich tatsächlich nicht mehr gewollt. Da hatte ich einfach auch so diese Thematik, Wachstum, Pubertät und so weiter und so fort. Da hat mein Körper so ein bisschen verrückt gespielt. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, nach Fürth gekommen. Ob ich besser war? Ich glaube nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass ich viele Kollegen hatte in der Jugend, die viel talentierter wie ich waren. Ich glaube, was mich schon immer ausgezeichnet hat, war mein unbändiger Willen und mein Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen. Und ich glaube, das war am Ende des Tages einer der Punkte, die mich dann auch zum Profi gemacht hat. Wie alt warst du, als du deinen Profi-Vertrag bekommen hast? Ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also meinen ersten richtigen Profi-Vertrag habe ich hier in Fürth bekommen, mit 18, 19. Damals aber habe ich einen kleinen Umweg gemacht. Bin damals im zweiten A-Jugendjahr zum ersten SC Feucht gewechselt, in die vierte Liga. Da sind wir dann glücklicherweise direkt in die dritte Liga aufgestiegen. Also es war schon sehr, sehr professionell. Aber es war noch kein Profibereich auf dem Papier, oder? Genau, richtig. Auf dem Papier noch kein Profibereich. Fußballtechnisch war schon professioneller Fußball. Aber so richtig Profi wurde ich dann in Fürth. Okay. Also du warst 18, 19. Richtig. Ich bin nicht Profi geworden und viele, die die Videos sehen, auch nicht. Wie ist dieser Schritt? Oder beschreib mir dieses Gefühl, wenn du weißt, du hast jetzt einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht oder vielleicht jetzt den nächstgrößeren. Aber wie war das für dich? So deine Gefühle? Beschreib mir mal. Da kommt jemand zu dir und sagt, hör mal zu, Roberto. Es ist soweit. Das Papier ist bereit für dich. Ja, erstmal natürlich ein unglaubliches Glücksgefühl. Das ist klar. Wenn dich dann auch noch der damalige Cheftrainer anruft und sich freut, dass sie dann mich letztendlich mehr oder weniger zurückgeholt haben mit dem Profi-Vertrag, ja, dann ist das erstmal ein unglaubliches Glücksgefühl. Aber natürlich auch da für mich ganz klar schon gewesen, Verantwortung. Also ich will nicht nur einen Profi-Vertrag unterscheiden, dass ich einen habe, sondern ich will auch da spielen. Ja, und so bin ich letztendlich dann auch in die ganze Sache rangegangen. Ich glaube, es ist viel schwieriger, Profi zu bleiben, als Profi erstmal zu werden, oder? Wie siehst du das? Ich glaube, damals ja, zu meiner Zeit war es, denke ich mal, einfacher, weil, glaube ich, so der globale Markt noch nicht so groß war wie heute. Heute ist es definitiv nicht mehr so einfach, glaube ich, weil letztendlich der Fußballmarkt extrem global geworden ist. Mittlerweile sieht man ja in den internationalen Ligen, dass nicht immer nur Eigengewächse, beziehungsweise Spieler aus den eigenen Reihen oder auch aus dem jeweiligen Land dann hochgezogen werden. Gibt es immer noch, natürlich muss es auch geben. Aber ich glaube, das sieht man ja auch bei uns in Deutschland, dann vielleicht nicht der 18-Jährige aus der eigenen Jugend hochgezogen wird, sondern man holt dann einen für 10 Millionen aus Frankreich oder Spanien oder was auch immer. Ich glaube, dahingehend hat sich das ein bisschen geändert. Was hältst du von diesen Summen? Das ist ein Ex-Profi zu fragen, ist schwierig. Aber ja, am Ende ist es... Also ich meine jetzt nicht von Gehältern, sondern ich meine erst mal im jungen Alter, also es fängt ja nicht bei 18-Jährigen an, sondern manchmal auch bei 15-Jährigen, wenn nicht sogar noch jünger. Was hältst du davon, dass man sagt, man zahlt so viel Geld für einen Jungspieler, wo man natürlich scouten die Mannschaften ganz gut, aber du kannst immer noch nicht sagen, wird er das erreichen, was man ihm vorhersagt? Ja, es ist natürlich zum einen das Risiko. Also wenn man dann einen 14-, 15-Jährigen für 8, 9, 10 Millionen holt, ist das ein Investment vielleicht in einen Menschen, das darf man immer nicht vergessen. Aber es kann in der Zeit, in den 1, 2, 3 Jahren, wo er sich noch entwickeln kann, soll, muss, kann natürlich immer noch was passieren. Das ist natürlich das Risiko, was man mitnehmen muss als jeweiliger Verein. Aber ich glaube, es ist für mich, ja, so viel Geld in so junge Menschen zu investieren, ja, es birgt einfach auch immer wieder, ja, Druck, es kommt Druck dazu. Ja, die Jungs, die sind natürlich nicht alle auf den Kopf gefallen. Die wissen natürlich auch, Verein X hat jetzt für mich 10 Millionen Euro bezahlt. Jetzt muss ich leisten. Also für mich ist dieses Wort muss auch sehr, sehr negativ behaftet. Ich glaube, das macht mit einem jungen Menschen was. Natürlich, da muss man auch ganz klar sagen, dann verdienen die Jungs natürlich auch dementsprechend schon Geld. ist, wenn man da nicht, ich sage mal, nicht ganz klar im Kopf ist, der Background nicht klar ist, dann kann es unter Umständen sehr schwierig werden. Dann kommen wir mal zum Thema, die ich auch sehr vielen Profis stelle, nicht alle Antworten, mal gucken, ob du antwortest. Willst du sagen, was du in deinem ersten Profi-Vertrag verdient hast? Nein, über Geld spricht man nicht. Gute Antwort. Ich muss sagen, ich frage, es gibt einige, die sprechen drüber, einige nicht. Und ich frage das auch, erwähne ich auch für dich, nicht aus dem Grund, weil ich wissen will, wie viel du in deinem Portemonnaie heute hast, sondern für viele einfach zur Einschätzung zu wissen, wie sich der Fußball auch entwickelt und verändert hat. Früher war wahrscheinlich viel weniger als heute. Ich glaube, das kannst du auf jeden Fall bestätigen, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn heute ein junger Spieler mit 18, 19 in der 2. oder 1. Bundesliga aufläuft, verdient sicherlich mehr. Nochmal, es ist einfach die Entwicklung, die der Fußball gemacht hat. Der Markt gibt das einfach auch her. Ja, aber ist auch völlig okay. Okay, ich schätze, was du verdient hast. Du musst nichts dazu sagen, okay? Ich mache das anhand dem fest, was andere Profis mir erzählt haben. Ich sage, du hast verdient. Goethe führte wir damals in der 2. Liga, richtig? Profivertrag, 18 Jahre. 4.000. Muss nichts sagen. Ich habe einfach was. Ihr könnt wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was Roberto verdient. Also wirklich, es ist, viele spekulieren da immer drüber. Einfach, es ist sehr interessant. Du weißt, über Geld ist immer irgendwie interessant zu sprechen für die Zuschauer, die es nicht wissen. Und das ist der Grund, warum ich auch dich frage. Okay, dann lass uns mal wieder zu deiner Für-Zeit kommen. Wie lange warst du dann insgesamt bei Für-Zeit nach deinem Profivertrag und wie verlief die Zeit für dich? Ich habe zwei Jahre hier in der 2. Bundesliga gespielt. Habe zwei Jahre hier letztendlich mich zum Stammspieler entwickelt. Ich bin gegengekommen als Jungspund, als junges Talent, das man wieder zurückgeholt hat. Mit der Hoffnung natürlich, dass er einschlägt, dass man ihn dann auch lukrativ im besten Falle verkaufen könnte. Das ist zum Glück auch für mich und auch für den Verein eingetreten. Ja, ich hatte letztendlich hier einen guten Förderer mit Benno Möhlmann damals als Trainer, auch mit dem ehemaligen Präsident Helmut Hack, die da große Stücke auf mich gesetzt haben. Und deswegen bin ich diesen Menschen auch sehr, sehr dankbar. Stuttgart, neue Stadt, bisschen größer als führt, würde ich jetzt sagen. Wie war das für dich? Oder lass uns mal zu einer anderen Frage kommen. Hast du zu dem Zeitpunkt andere Angebote noch gehabt, außer Stuttgart? Ja, also es war damals tatsächlich Arminia Bielefeld, ganz heißer Kandidat auch, wo die auch in der Zeit mit, ich glaube, Uwe Rappold als Trainer und Ovo Miela und wie sie alle heißen, wo sie da in der Bundesliga so ein bisschen für Aufregung gesorgt haben. Die waren sehr, sehr interessiert an mir. Dann kam aus dem Nichts VfB Stuttgart und dann haben wir uns für Stuttgart entschieden. Warum? Generell VfB ein größerer Verein war noch, wie jetzt in dem Fall Arminia Bielefeld. Und ich, der für mich einfach auch das Gefühl hatte, dass ich da größere Ambitionen hätte oder größere Ambitionen habe, dann auch noch mehr zu erreichen. Deine erste Saison VfB Stuttgart, meine Information nach in der Bundesliga, sieben Tore, drei Vorlagen. Stimmt das? Ich glaube, es waren sogar mehr Vorlagen. Okay, also jetzt das, was im Internet steht, weiß ja, die Zahlen sind immer ein bisschen ungenau. Du hast gut eingeschlagen. Ja, ich war tatsächlich der einzige Spieler im Kader, der alle Pflichtspiele gespielt hat in der Saison. Ich bin auch da wieder von Fürth oder beziehungsweise von Feucht nach Fürth wieder etwas größer in Fürth. Von Fürth nach Stuttgart wieder etwas größer als der Shootingstar gekommen aus der zweiten Bundesliga mit der Hoffnung, dass er einschlägt. Und das ist letztendlich in der ersten Saison dann auch zur Realität geworden. Ihr habt einen Kader gehabt, der jetzt nicht unbedingt voll besetzt war mit großen Namen oder was auch mal so viele, viele junge Spieler. Du, Serdar, Taski, Kedira, Mario Gomez. Wie hast du dich da so direkt eingefunden? Sehr, sehr gut, weil die einigen, den einen oder anderen kannte ich ja aus der U21-Nationalmannschaft schon, also wie Mario Gomez zum Beispiel. Ja, und alles andere ist, ja, es ist Anpassung. Es ist, du kommst nur hin, du musst dich letztendlich den Gegebenheiten anpassen. Und wie ich sage, beim Fußball wird man schneller alt wie im normalen Leben, weil man einfach, ja, gerade in der Vorbereitungszeit, dann ist man jeden Tag, ist man gefühlt zusammen. Ja, und da lernt man sich sehr, sehr schnell kennen. Wir sind dann auch, wage ich jetzt zu behaupten, als Fußballer ist es sehr nahbar in der Kabine, ja, weil man einfach Gleichgesinnte um sich hat. Und da geht das relativ schnell. Aber natürlich, klar, ist es dann, wie gesagt, war es der nächste Schritt. Ja, der Verein, VfB ist ein großer Verein, auch zu der Zeit schon. Okay, dann lass uns, bevor wir jetzt nochmal zu Stuttgart kommen, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, Nationalmannschaft. Wann war das erste Mal, dass du in Verbindung gekommen bist mit der Nationalmannschaft, in der Jugend wahrscheinlich? Wie es eingangs gesagt, ich hatte vorher keine einzige U-Nationalmannschaft gespielt. Bin dann in Fürth, in meiner ersten Zeit in Fürth, bin ich dann zum U21-Nationalspieler geworden, über meine Leistungen letztendlich hier in Fürth. Erst nach meiner ersten Saison in Stuttgart zum U21-Nationalspieler geworden. Gute Saison hatten wir ja schon angesprochen. Dann lass uns mal, bevor wir auch zur Meisterschaft kommen, ihr habt in der Champions League gespielt. Du bist 21, 22 Jahre alt und spielst in der Champions League im zweiten Spiel gegen Barcelona. Richtig. Und vorne spielt Ronaldinho, Terriori und Messi. Wie sieht es aus da? Gefühle, Puls, gib mir ein bisschen, weil wenn ich da jetzt dran denken muss, führt ganz klein Stuttgart ein bisschen größer, Barcelona, Messi, Ronaldinho, Terriori. Ja, das ist da, wo man hin will. Also das war das Ziel, gegen die Besten der Welt zu spielen. Und wenn natürlich drei so Granaten vor dir sind, Ronaldinho, mein direkter Gegenspieler. Das ist natürlich total aufregend und ist auch total spannend, aber auch sehr, sehr schwierig. Terriori als Beispiel, war immer so ein Vorbild oder Idol, würde ich jetzt nicht sagen, aber immer so bei Arsenal, Zeit Arsenal, so einer meiner Lieblingsspieler. Und es ist dann schon eine schöne Erfahrung, wenn man dann am Ende des Tages gegen die dann auch spielen darf. Wie geht man da rein in so ein Spiel? Ja, am Ende geht es einfach nur darum, einfach machen. Also einfach nur dein Ding durchziehen und gucken, dass es passt. Und ich glaube, wenn man klar gewissen Respekt muss man grundsätzlich haben, egal, ob man, keine Ahnung, in der zweiten Bundesliga irgendwo spielt, in der Bundesliga oder in der Champions League, das gehört dazu. Ja, man, wie es gerade gesagt, wenn man spielt gegen Gleichgesinnte, das ist alles gut, aber am Ende des Tages will man gewinnen. Und da ist es auch völlig egal, wer dann auf einen zukommt. Ja, aber ich sage mal jetzt, du weißt ja selber, wer die Namen sind, ohne jetzt deine Karriere kleiner zu reden, als sie ist. Aber wie gehst du da in ein Spiel rein erst mal und überlegst dir, wie stoppe ich denn jetzt? Wenn Ronaldinho jetzt, also Ronaldinho war dein direkter Gegenspieler, der kommt auf dich zu. Was denkst du dir in dem Moment? Ich denke mir jetzt, ja, ich würde, keine Ahnung, ich würde versuchen, dem so lange hinterher zu rennen, bis der einfach keinen Bock mehr auf mich hat. Wie geht man da so als Profi dann auch rein? Mit welchem, andere Frage. Was sagt dir dein Trainer? Also der Gruberto, 22 Jahre alt, erste Saison. Mach mal bitte was. Was machst du da? Was sagt er dir? Gegen Ronaldinho. Ich glaube, gegen Ronaldinho kann mir, glaube ich, kein Mensch damit irgendwas sagen, wie man das irgendwie versucht zu machen. Ja, Ronaldinho kannst du nicht stoppen. Das ist einfach so. Für mich ist es der Spieler, ja, letztendlich für mich der beste Spieler aller Zeiten, was das Können betrifft. Ja, auch blöd gesagt, den musst du versuchen, einfach irgendwie versuchen zu treten und dass er dann irgendwie nicht mehr laufen kann, aber auch das ist extrem schwierig. Wie hast du dich geschlagen in dem Spiel? Wie fandest du dich selber? Ich glaube, ich war ganz gut. Ich habe mich aber leider, erste Halbzeit, wurde ich von Deko damals tatsächlich gefoult, habe mir die Bänder in dem Spiel auch gerissen, habe das Spiel aber durchgezogen, weil gegen Barcelona geht man nicht vom Feld. Was eine Einstellung. Aber am Ende des Tages, ja, wir haben leider das Spiel verloren, 2-0, was jetzt, ja, irgendwo will man nicht, nie, ich bin sehr schlechter Verlierer, damals auch gewesen, heute hat sich das mit dem Alter ein bisschen gebessert, aber ja, es ist Barcelona, was wir machen. Wie war Messi in den Jungjahren? Da war er 20 Jahre alt, irgendwas in den Dreh? Wie war er da? Du hast ihn auch in seine junge, wilde Zeit erlebt. Wie hast du ihn wahrgenommen? Konntest du schon sehen, dass der die Karriere machen wird, die er dann gemacht hat? Ich glaube, wenn das keiner gesehen hat, dann ist der blind. Absolut, ja, also Messi ist einfach von Gott gesegnet, das ist einfach so. Der kann Dinge, die kein anderer kann und ich glaube, das hat er jetzt über fast 20 Jahre, glaube ich, bewiesen, dass er einer der besten Fußballer aller Zeiten ist. Okay, dann stelle ich dir jetzt die Frage, du kannst dich jetzt sympathisch oder unsympathisch machen, Team Ronaldo oder Team Messi? Ich bin tatsächlich Team Ronaldo. Warum? Warum? Weil, ich habe das natürlich für mich einfach auch ein bisschen verfolgt. Wie gesagt, Messi, unglaublicher Spieler, gehört für mich zu den besten Spielern aller Zeiten, was der Fußball bisher letztendlich hervorgebracht hat. Er hat letztendlich ein Geschenk bekommen vom lieben Gott, Dinge tun zu können, die kein anderer kann und für mich ist einfach Christiano ein Vorzeigeprofi, wie man mit einer Mischung aus Talent und harter Arbeit letztendlich zum allerbesten überhaupt wird. Ich glaube, das ist somit die perfekte Beschreibung, wie man diese beiden Menschen oder was auch immer sie sind, beschreiben kann. Richtig. Dann lass uns mal zu der Saison in Stuttgart gehen, zu der ersten Saison. Ihr standet nach dem sechsten Spieltag auf dem zwölften Platz mit acht Punkten. Hattest du oder habt ihr euch da irgendwie schon was von Meisterschaft ausgemalt? Stuttgart ist ja davor ein paar Jahre nicht Meister geworden. Mit welchen Erwartungen seid ihr in die Saison gegangen? Weil sie wurden ja dann übertroffen bei weitem. Ne, also Thema Meisterschaft war tatsächlich bis zum Spieltag auf Schalke 04 nie das Thema. Es war letztendlich so, VfB hat einen Neuaufbau gemacht. Die hatten davor die Saison, wo wirklich nicht so gut lief. Und dann kam mit Armin Fee ein neuer Trainer, mit einer neuen Mannschaft, die man dann auch gemacht hat, mit den jungen Wilden in Form von Gomez, Khedira, Andi Beck und wie sie alle heißen. Der ein oder andere Junge in Persona von mir dazu geholt worden, mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern in einem, ich sage immer, mittleren Alter und dann auch mit drei, vier Spielern, die schon letztendlich fast über dem Zenit sind, die aber so ihre Erfahrungen in die Mannschaft bringen sollten. Und ich glaube, das war so eigentlich der Aufbau. Ich glaube, mit der Meisterschaft oder nicht ich glaube, sondern ich bin mit Zemezi hat absolut gar keiner gerechnet. Nicht mal wir Spieler haben damit gerechnet. Wir wurden dann erst mal so ein bisschen, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir können dann am Ende, also hinten raus, hinten raus der Saison, haben wir gemerkt, okay, wir können das echt packen. Ja, letztendlich am letzten Spieltag zu Hause gegen Cottbus wurde das erst mal so richtig real, dass wir wirklich jetzt deutscher Meister werden können. und das war am Ende des Tages natürlich eine Megasaison für uns. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, du hast gesagt, nach dem Spieltag auf Schalke, war euch so bewusst, welcher Spieltag war das? Ich meine, es waren irgendwie, ich glaube, zehn Spieltage vor Saisonende, da haben wir damals 4-1 verloren auf Schalke und waren, glaube ich, sieben Punkte weg von Schalke 04, sieben und acht Punkte meine ich waren es. Diese Niederlage hat uns eigentlich alles irgendwie, keine Ahnung, die komplette, so diesen Druck einfach, also zu meinem Empfinden, diesen Druck von allem irgendwie genommen, weil du irgendwie dann das Gefühl hattest, okay, jetzt ist eigentlich nichts mehr drin, weil die sind so weit weg und dann haben wir eine Serie gestartet von neun Spielen, die wir am Ende des Tages gewonnen haben beziehungsweise dann acht Spiele und dann bist du auf einmal nach dem vorletzten Spieltag in Bochum, wo wir gewonnen haben und Schalke in Dortmund tatsächlich auch verloren hat, bist du auf einmal Tabellen Erster und da war so der, wo du sagst, okay, jetzt kannst du es wirklich schaffen. Wie viel Druck macht man sich dann auch oder wie groß ist der Druck dann auch zu sagen, okay, jetzt haben wir es wirklich in eigener Hand, ihr musstet ja gewinnen, also am letzten Spieltag müsst ihr gewinnen, dann seid ihr Meister, verliert ihr und gewinnt Schalke, sind sie Meister. Wie groß ist da der Druck, wie geht man damit um? Ja, schwierig, wie geht man damit um? Also wir haben, wie gesagt, nach dem Bochum-Spiel, also an dem 33. Spieltag, wo wir gefühlt eigentlich, glaube ich, 5-1 verlieren müssen, gewinnen wir am Ende 3-2 und da war irgendwie jedem klar, okay, uns kann eigentlich nichts mehr passieren so in der Art, wo wirklich dann auch Druck entstanden ist, wie wir tatsächlich vom Hotel ins Stadion gefahren sind, weil du dann gemerkt hast, okay, es waren, ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen da auf der Straße verteilt waren irgendwie auf dem Weg dahin, aber gefühlt waren es irgendwie 10 Millionen so von, an dem Tag waren es auch vom Gefühl her 45 Grad, also weißt du, so diese ganzen externen Faktoren, die kommen dann irgendwie, wo du denkst, okay, es ist eigentlich nur, ich weiß nicht, 28 Grad, aber fühlen tun sich wie 45 Grad, irgendwie das, die ganze Last irgendwie oder dieser Druck, dieser, ja, diese Euphorität auch und diese Emotionalität vom ganzen Stadion hängt wie irgendwie einem im Rücken und so lief auch am Ende des Tages die ersten 30 Minuten des Spiels, wo du dann erst mal 1 Uhr zurückliegst und du denkst, so scheiße, jetzt kannst du ja doch noch was verlieren und dann kam zum Glück Thomas Hitzelsberger mit einem Hammer aus 20 Metern und dann wussten, glaube ich, alle im Stadion, dass das uns nicht mehr zu nehmen ist. Also es war, so hast du es erlebt, ich stelle es mir doch ein bisschen schwieriger vor, siehe jetzt letztes Jahr Dortmund und Bayern, dass man es doch noch verspielen kann, aber ich muss sagen, ihr habt wirklich Respekt einfach an euch, dass ihr die Ruhe bewahrt habt und es geschafft habt, nochmal, nachdem ihr 1 Uhr hinten liegt, das Ruder rumzureißen und dann Deutscher Meister zu werden. Wie ist es Deutscher Meister zu werden? Was ist das für ein Gefühl? Mit einem Verein, sag ich nochmal, mit einem Verein, wo man es zu dem Moment einfach gar nicht gedacht hat am Anfang der Saison und für dich dann auch als junger Spieler. Ja, ich glaube, in Worten kann man das so gar nicht fassen. Also wenn du dann Semikirira macht damals das 2-1, wie gesagt, da war es für uns dann endgültig klar, ich weiß nicht, wie lange dann auch zu spielen war und wie der Schiri dann letztendlich abpfeift, hast du einfach gemerkt, dass gefühlt alles von jedem abgefallen ist. Es ist dann schon eine intensive Saison, wie du dann auch einfach hast und mit dem Hintergrund natürlich, dass wirklich absolut niemand damit gerechnet hat, dass wir Deutscher Meister werden können beziehungsweise am Ende auch Deutscher Meister werden oder geworden sind. War natürlich dann so ein, ja auch so ein, ja so ein Hoheitsgefühl, wo du dir sagst, ey ich bin Deutscher Meister geworden und spiele nicht beim FC Bayern. Klar, das musst du auch erstmal schaffen. Ja, es ist ja nicht üblich, wobei man sagen muss, leider ist dieser Konkurrenzkampf vielleicht dieses Jahr ist es ein bisschen besser, werden wir mal sehen. Was würdest du sagen, was hat euch als Mannschaft generell so auch ausgemacht, dass ihr das so geschafft habt? Wie gesagt, ich glaube diese Mischung, also die Mischung wirklich aus jungen Spielern, die so, ja ich glaube Mario Gomez war so der Einzige, glaube ich, und Christian Gentner meine ich, bin mir nicht ganz sicher, die so die schon, ich glaube ein Jahr davor so ein bisschen rein schnuppert durften bei den Profis und der Rest war letztendlich die Jungen, die hochkamen, das war so auch die erste richtige Profisaison, die sie dann in der Bundesliga hatten. Wie gesagt, für mich war es der nächste Schritt in die Bundesliga. Wir hatten dann Spieler, die dann auch aus der Bundesliga geholt worden sind von vermeintlich kleineren Vereinen, in Anführungsstrichen, die in, ich sage mal, mittleres Alter, so zwischen, ja 25, 30, ja die aber voll im Saft sind, die sind in der Blüte ihres Lebens, plus halt diese alten Säcke, auf gut Deutsch gesagt, die ihre komplette Kompetenz und Erfahrung in diese Mannschaft bringen und das hat, glaube ich, diesen Ausschlag, oder das war der ausschlaggebende Punkt, diese Mischung zu haben aus jungen Wilden, aus frischen und energiereichen Spielern im mittleren Alter und halt diese alten, ja die alten Säcke, die dann die Jungs zusammenhalten. Auf welcher Position hast du die Saison über gespielt, für die jetzt, für die es nicht wissen? Rechtes Mittelfeld damals. Du bist ja mit der Zeit immer so ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Richtig. Womit kommt das, womit hängt das zusammen, mit der fehlenden Schnelligkeit, die dann verloren geht, oder? Nee, gar nicht, es war immer schnell, es war einfach, das Interessante war, dass in der zweiten Saison in Stuttgart Armin Vee damals schon die Idee hatte, mich zum Rechtsverteidiger zu machen, weil er für sich diese Zukunft gesehen hat, auch in der Nationalmannschaft. Da war ich noch nicht so ein Freund davon, muss ich ehrlich dazu sagen. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr auf ihn gehört, hätte ich vielleicht ein paar mehr Länderspiele mehr. Das kam letztendlich, ja, in der Nationalmannschaft habe ich es auch mal gespielt und beim VfB auch, aushilfsweise mal, wenn unser Rechtsverteidiger nicht spielfähig war. Tatsächlich hat das damals Bernd Schuster in Istanbul, kam, ja, ich sage, für mich gibt es keine Zufälle, aber beide Rechtsverteidiger haben sich damals verletzt und der Co-Trainer hat dann, wusste, dass ich das auch spielen kann, weil ich letztendlich auch die Fähigkeiten dazu hatte und Bernd Schuster hat dann gesagt, ja, nächstes Spiel, spielst du Rechtsverteidiger und dann habe ich das ganz gut gemacht und seitdem war ich Rechtsverteidiger. Welche Position hat dir mehr gefallen? Tatsächlich Rechtsverteidiger. Wirklich? Er hat mir viel mehr getaugt, ich kann verteidigen, ich bin halbwegs spielintelligent und um diese Position auszufüllen, aber so dieses, ja, von hinten dann auch anzumarschieren und mehr Raum vor mir zu haben, hat mir dann tatsächlich besser gefallen. Okay, dann lass uns mal nochmal zu Stuttgart kommen, bevor wir das komplett abschließen. wir treffen uns heute würde ich sagen zu einer sehr guten Zeit, weil du hast bei Leverkusen gespielt und bei Stuttgart und beide Vereine sind gerade in der Bundesliga sehr gut mit dabei. Was sagst du, was macht Stuttgart heute aktuell wieder gut, dass sie dort stehen, wo sie stehen und was haben sie eventuell in den letzten Jahren vielleicht dann doch nicht so gut gemacht? Kannst du da eine Einschätzung geben? Weil das kommt ja nicht von irgendwo, man muss sagen, die Saison ist noch relativ jung, es kann noch alles passieren, sie können theoretisch noch absteigen, aber was würdest du sagen, was machen sie jetzt in den ersten Spieltagen ganz gut? Ich glaube, was der VfB auch ja letztendlich aktuell sehr gut hinbekommen, sie haben Ruhe im Verein, also das Umfeld ist ruhig, im Verein ist ruhig, das was letztendlich die letzten Jahre dann immer so ein bisschen problematisch war, dass zu viele Meinungen letztendlich abgegeben wurden im Verein, zu viel ja letztendlich Unruhen auch geherrscht haben und ich glaube, das haben sie ganz gut hingekriegt, ich glaube, dass mit dem neuen Trainer, der dann in der letzten Saison noch geholt wurde, ja, der hat letztendlich die Jungen auch im Griff, der hat eine klare Vorstellung, der spielt letztendlich sein Ding und die Jungs, ja, sind letztendlich die richtigen Jungs für dieses System auch und am Ende des Tages funktionieren sie halt und ja, wie es so ist, wenn man dann den ersten Spieltag gewinnt, dann kommt man in so eine Euphorie-Schiene und so eine Welle, die man mitnimmt, dann gewinnt man das Zweite, dann geht es halt einfach so weiter und die Jungs spüren voll Energie und das ist, ja, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass sie Meister werden? Realistisch? Nein, ich glaube, da muss man die Kirche noch ein bisschen im Dorf lassen, ich glaube, da ist letztendlich der FC Bayern auch, ja, ich denke auch Dortmund und auch Leipzig, aktuell Leverkusen, glaube ich, schon nochmal einen Tick besser aktuell für diese Saison, aber wie gesagt, Fußball ist, deswegen ist der Fußball so schön und deswegen lieben wir ihn auch, weil er immer wieder für Überraschungen geht. Also ich glaube, wenn Stuttgart Meister wird, dann rufe ich dich nochmal an und dann quatschen wir nochmal. Es ist schön, aber auch anzusehen, dass ein großer Verein wie Stuttgart dann auch wieder mal ein bisschen zu dem wird, was es früher auch mal war, eventuell dann auch europäisch nächstes Jahr spielt. Der Spieler der Saison aktuell, Girassi, was sagst du zu ihm? Sag mal, so deine Einschätzung, weil ich habe gedacht, ich muss sagen, ich dachte, das ist so ein One-Season-Wonder. Ich dachte, okay, der spielt jetzt eine gute Saison und dann, ja. Ich glaube, damit haben viele gerechnet, glaube ich. Aber er hat letztendlich bewiesen, dass es nicht so ist. Ich hoffe natürlich, ich kenne den Jungen nicht, ja, persönlich. Mich freut es natürlich immer, wenn ich dann so junge Spieler sehe, die dann letztendlich auch Kritikern vielleicht, ja, oder Menschen mit anderer Meinung über einen selbst, dann letztendlich auch so ein bisschen entgegenwirken mit guten Leistungen, mit Toren und ich meine, aktuell läuft es extrem gut für ihn. Ja, der hat eine Torquote von 1,8 Toren pro Spiel. Es wurde ausgerechnet, wenn er so weitermacht, hat er am Ende der Saison 63 Tore. Ja, Weltfußballer. Also wenn er das macht, sage ich mit dem Weltfußballer. Müssen wir mal gucken. Also ich meine, wir haben, was hat Roba Lewandowski, ich glaube 45 Tore. Das musst du auch erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen und das muss man erstmal knacken. Also ich glaube, aktuell, klar, die Euphorie ist da. Ich denke, dass auch so eine junge Mannschaft wie der VfB in der Saison, ist es am Ende des Tages Bundesliga. Es ist keine Hampel Liga. Da muss man dann schon gucken, dass man konstant dann auch abliefert. Das ist was letztendlich der FC Bayern seit zwölf Jahren macht. Die machen es ja schon länger, aber jetzt die letzten elf Jahre abliefert, weil die einfach eine gewisse Konstanz haben. Und auch bei so jungen Spielern muss man einfach diese Euphorie mitnehmen, auch diesen Lauf mitnehmen. Und wenn er dann mal vielleicht in ein Loch fallen sollte, dann muss man ihm das auch gönnen. Glaubst du, Stuttgart könnte das zugutekommen, dass sie halt nicht europäisch mitspielen und alle anderen Vereine, die halt um die Meisterschaft spielen, schon? Ja, natürlich, klar, du hast halt ein paar Spiele weniger. Du hast nur zwei Wettbewerbe mit dem DFB-Vokal noch dazu. Ich habe es gerne gehabt, international zu spielen, auch wenn es alle drei, vier Tage ein Spiel hat. Ich habe das lieber gehabt wie Training. Spielen ist immer schöner im Stadion. Und mir hat das gut getan. Je nachdem, wie gesagt, in der FC Bayern kriegt es immer hin. In der VfB muss man gucken. Ich glaube, auf lange Sicht wird dann die Konstanz sich zeigen, ob sie es schaffen, die Leistung zu halten. Und weil das ist ja das, was Bayern eigentlich relativ gut immer macht, mehr oder weniger. Deutscher Meister ist verrückt, das musst du auch erstmal haben. In deiner Vita, du bist Deutscher Meister geworden, mitten im Verein, der nicht FC Bayern heißt. Du bist Nationalspieler geworden danach. Richtig. Wie war das dann auch für dich, zu sehen, okay, du bist dann A-Nationalspieler? Ja, es ist natürlich stolz. Es ist einfach nur stolz, für sein Land zu spielen. Wenn man dann anruft, ich habe ein Jahr gebraucht, heutzutage braucht man drei Spiele. Ich habe eine Saison gebraucht, aber völlig in Ordnung. Es ist einfach nur, stolz für sein Land aufzulaufen, das Deutschland-Trikot anzuhaben. Es ist einfach nur was Schönes. Leider habe ich ein paar Spiele zu wenig aus meiner Sicht gemacht, aber am Ende stehen da acht und es ist völlig in Ordnung. Das ist das Jahr gewesen vor der EM. Richtig. Du wurdest danach nicht weiter nominiert für die EM. Was glaubst du, woran hat es gelegen? Ja, das ist eine gute Frage, da kann man drüber spekulieren. Ich habe so meine eigene Meinung. Ich glaube, dass mein Typ Mensch nicht gefragt war, ohne jemandem was unterstellen zu wollen. Sag mal wirklich frei raus, also das, was du denkst, ist ja, muss man ja auch immer sagen, weil es immer schwierig, irgendwie so drum herum zu reden. Was glaubst du wirklich, woran hat es gelegen? So ehrlich wie es geht. Ich glaube einfach, dass ich nicht der Typ Mensch war, den man, glaube ich, haben wollte. Ich bin jemand, der klar ruhig ist, in Anführungsstrichen, aber natürlich eine klare eigene Meinung hat, die auch vertritt und am Ende auch die Konsequenz dafür trägt, egal ob es positiv oder negativ ist. Und die habe ich immer geäußert. Ich glaube, das waren auch Dinge, die mir dann am Ende des Tages auch immer wieder Steine in den Weg gelegt haben, die ich dann mit meiner Energie wieder zur Seite räumen musste. Ja, ich glaube, dass das am Ende ist es auch immer wieder ein bisschen Politikgeschichten und ich habe natürlich dann auch einen, muss ich auch ganz klar eingestehen, einen Fehler gemacht. Ich habe nach der Nicht-Nominierung den Bundestrainer öffentlich kritisiert. Was hast du da gesagt? Ja, ganz meine Meinung, dass es ein Fehler war, dass ich darüber natürlich extrem enttäuscht bin, dass ich nicht nominiert bin und ich der Meinung bin, dass es nicht aus sportlicher Sicht ist. Ja, und dafür stehe ich auch gerade, da habe ich kein Problem mit. Würdest du sagen, es war zu dem Zeitpunkt der falsche Schritt, deine Meinung zu sagen? Ja, mit der Erfahrung heute, glaube ich, würde ich so nicht mehr machen, keine Frage. Ich habe natürlich, das was ich gesagt habe, mir hat mal ein Trainer gesagt, du hast eine Fähigkeit, mit deiner Aura eine Mannschaft positiv zu beeinflussen, aber auch negativ zu beeinflussen. Ich bin halt nach wie vor, nochmal, jetzt bin ich erfahrener, aber ich war da letztendlich oder auch in meiner Karriere immer ein schlechter Schauspieler. Wenn mir was nicht gepasst hat, dann hat das jeder zu spüren bekommen. Heute ist das, müssen wir mal die Arbeitskollegen fragen, heute nicht mehr so, aber es sind Lehrjahre letztendlich. Es sind Erfahrungen, die man machen muss. Davon profitiere ich heute. Das kann ich meinen jungen Spielern mitgeben. Am Ende des Tages bin ich trotzdem dankbar dafür, dass ich sie gemacht habe. Aber nochmal, ich habe eine klare Meinung, wenn ich sie habe und dazu stehe ich am Ende auch. Wie hart ist es für dich, wenn du siehst, du wurdest nicht nominiert bei einer EM, wo dann auch Deutschland Dritter geworden ist, also auch ein relativ gutes Turnier gespielt hat. Wie hart ist das für dich? Wie gehst du damit um? Verfolgst du die Spiele? Also ich schätze dich jetzt ein, ich sage nicht, dass du es denen nicht gegönnt hast. Also du hast jetzt nicht gehofft zu Hause, oh bitte Deutschland fliegt in der Gruppenphase raus, oder? Ne, ich habe natürlich, klar, es sind alles Kollegen. Es sind natürlich, es waren auch Mannschaftskollegen dabei und so weiter und so fort und Weggefährten, wie Mario Gomez als Beispiel, nur um einen zu nennen. Aber ich habe natürlich, ich habe mir kein Spiel angeguckt. Ich hatte keinen Bock drauf. Kein einziges? Nein. Wow. Weil ich mir gesagt habe, nee, den Scheiß möchte ich mir nicht geben, ohne jetzt eine schlechte Wortwahl zu nutzen. Aber für mich war das klar, ich möchte das nicht, weil ich einfach so enttäuscht war. Am Ende hätte ich mich trotzdem gefreut, wenn es Europameister geworden wären, aber ich hatte da einfach keine Lust drauf. Wer war denn direkter Konkurrent in der Nationalmannschaft? Also mein direkter Konkurrent, das war noch Mittelfeldzeit, das war damals Bernd Schneider. Das war so, ich wurde ja anfangs so gehandelt als sein Nachfolger. Ich weiß nicht, ob er nach der EM aufgehört hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber da war jetzt kein Stress, das war ein absolut verdienter Bundesligaspieler und Nationalspieler. Aber dich eventuell als Backup mitzunehmen, hätte man auch machen können. Ja, man hat sich dann letztendlich für einen anderen Spieler entschieden. Wer war das? David Odonko damals, wo ich, ich mag Odo sehr gerne, ist ein guter Freund von mir und wir sind wirklich mit gutem Kontakt auch. Ich habe es damals trotzdem nicht verstanden, weil ich habe immer gespielt. Ich habe auch in der zweiten Saison beim VfB immer gespielt. Odo hat dann in, ich glaube, Bettis, glaube ich, wo er damals war, nicht gespielt. Ja, wie gesagt, das ist halt Politik. Okay, also da kann sich jeder sein eigenes Bild malen, warum du nicht dabei warst. Schade, aber wie du sagst, Lehrjahre, die du dann für deine Zeit auch mitgenommen hast. Richtig. Dann gib mir mal einen Einblick, wie es weiter lief bei Stuttgart. Du warst ja noch ein paar Jahre da. Wie lief es weiter die Zeit? Letztendlich ging diese, es war immer so ein bisschen auf und ab am Ende des Tages, die letzten zwei Jahre auch. Es war dann auch für mich ein Wechsel, was Beratung anbetrifft. Es war dann, ja, ich wurde dann natürlich auch selber selbstbewusster, habe dann noch, dann ja auch meine Meinungen noch öfters gesagt, wo man am Anfang sich gedacht hat, er redet nicht viel und ist eher der ruhigere Typ und auf einmal fängt an und dann fingen natürlich klar diese Themen an. Das war natürlich dann auch immer wieder ein großes Thema in Zeitungen, wenn man dann Leistungen mal nicht gebracht hat. Ja, jetzt hebt er ab und kriegt Flügel und fährt nur noch dicke Autos und so dieses ganze Gesülze, was halt dann am Ende des Tages kommt. Und ich habe mich dann so ein bisschen anstecken lassen von den Dingen, habe mich dann auch immer wieder mit Journalisten angelegt und ja, wo nochmal, es waren halt einfach, ja, jung, dumm, noch nicht so die Erfahrung gehabt. Auch keinen an der Seite gab es so wirklich, der dann einmal gesagt, ey, jetzt fahren wir einen Gang runter oder wie auch immer. Ja, und dann macht man halt diese Fehler und wenn man halt, klar, wenn man mit einem Journalisten dann sich so ein bisschen streitet oder wie jetzt ihn attackiert im Verbalen, sag ich jetzt mal, ja, die sind halt dann in einer gewissen Form an einem längeren Hebel. Klar. Und dann kriegst du halt letztendlich immer wieder die Retourkutsche. Ja, und dann kommt man in so eine Frustration rein und fängt immer weiter an zu kämpfen und kämpft und kämpft und kämpft, bis man halt irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt muss man glaube ich mal ein bisschen zurückrudeln. Ich glaube, weil du sagst, Journalisten sitzen am längeren Hebel, ich glaube in dem Moment kannst du eigentlich nur alles falsch machen, oder? Ja, natürlich, weil die natürlich Dinge in die Welt publizieren können, wo du einfach keinen Einfluss drauf hast. und am Ende des Tages, wenn es je nachdem, welche Tageszeitung das ist, lesen das vielleicht 82 Millionen Menschen und die haben natürlich dann ein Bild von dir. So, ja, der junge Arrogante verdient viel Geld und wie auch immer fährt nur dicke Autos und solche Geschichten, die halt dann kommen. Ja, und dann hast du so ein bisschen so einen Stempel aufgedrückt, der eigentlich gar nicht so ist, wo viele im Nachgang, mit denen ich dann auch tatsächlich zusammengearbeitet habe, die Journalisten waren, mit denen ich dann nachher zusammengearbeitet habe, die dann gesagt haben, okay, du bist ja gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Eigentlich bist du ja ganz umgänglich. so, ja, es ist halt letztendlich so ein bisschen Part of the Game. Dann lass uns mal zur Saison 2009 kommen. Champions League, Gruppenphase. Ihr startet mit zwei Unentschieden rein, verliert dann ein Spiel und in den letzten zwei Spielen holt ihr nochmal sechs Punkte, also zwei Siege und qualifiziert euch dann fürs Achtelfinale und dort trefft ihr wieder auf einen spannenden Gegner. Sag du mir, wer es war. Ich meine Barcelona. Na, wieder Barcelona. Ich habe auch mal nachgeguckt, du hast sechs Jahre Champions League gespielt, davon durftest du dreimal gegen Barcelona spielen, also drei Jahre lang gegen Barcelona spielen. Musst du auch erstmal schaffen. Richtig, genau. Beschreib mir mal diese Gefühle, wenn du wieder in der Champions League spielst und dann dich auch qualifizierst für die nächste Runde und dann denkst du, ja bitte lass jetzt kommen ein leichter Gegner sein und dann, wer kommt dann? Der amtierende Champions League Sieger, weil die haben ja davor 2009 die Champions League gewonnen und dann spielt sie gegen die. Dann denkst du, ja okay, das war es dann. Ja, da rechnet man, ja muss man so ehrlich sein, da rechnet man sich nicht viele Chancen aus, aber man versucht natürlich trotzdem alles zu geben, um vielleicht eine Überraschung zu, oder einem, dass man eine Überraschung für eine Überraschung sorgen. Ich würde sagen, habt ihr auch, also ihr habt ja im Hinspiel 1-1 gespielt. Ja, und dann in Camp Nou haben sie 1 gemacht. Ja, 4. Dann ist das halt so, ja. Ja, aber ich meine, weil du sagst für Überraschung sorgen, ihr habt ja gar nicht so schlecht gespielt, also da kommt der amtierende Champions League Meister, Champions League Sieger und dann denkst du, ja okay, vielleicht haben die uns jetzt fünf Dinger rein und dann geht es da 1-1 aus. Also ich glaube, da geht man mit einem großen Selbstbewusstsein dann auch ins Rückspiel, oder? Ja, ja unbedingt, aber wie gesagt, Camp Nou ist dann nochmal eine andere Geschichte. 80.000 oder 90.000 Menschen und ja, das Wohnzimmer vom FC Barcelona. Wie schwierig war das? Also es war die Zeit, wo Barcelona richtig diesen Tiki-Taka-Fußball gemacht hat. Wie schwierig ist das, damit umzugehen? Ich sag mal, es war ja auch relativ neu noch. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Vereine sich schon jahrelang drauf vorbereitet haben, sondern relativ neu. Wie schwierig ist das, damit umzugehen oder auch zu verteidigen oder auch so? Man rennt ja dann den ganzen Tag hinterher, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, das ist, ich meine, das ähnlich war es ja letztendlich mit Pep Guardiola beim FC Bayern München, ja, in diesem Spielstil. Ich glaube, das ist, ja, körperlich kriegst du es alles hin, weil du natürlich die Fitness hast. Es ist einfach mental zermürbelnd, weil du dir denkst, es sind 15 Barcelona-Spieler auf dem Platz. Die machen keinen Fehler. Technisch sauber, extrem gut. höchstes Tempo, was man sich vorstellen kann. Ja, und wie du, du hast es gerade gesagt, man läuft am Ende des Tages immer nur hinterher und versucht trotzdem irgendwie so ein bisschen seine Chance zu wahren. Ja, aber am Ende, wenn du dann irgendwie 2-3-0 hinten liegst, dann lassen sie einfach auch nichts mehr zu. Dann lass uns mal Stuttgart ein bisschen abschließen. Du bist gewechselt. Und zwar in eine Liga, wo man nicht sagt, die gehört nicht, also du bist in die türkische Liga zu Bechtdach-Istanbul gewechselt, die gehört jetzt nicht irgendwie zu den Top 5 der Welt. Du warst in deinem besten Fußballalter, 26 Jahre. Hast du zu dem Zeitpunkt andere Angebote gehabt? Ja, tatsächlich aus der Bundesliga das ein oder andere Angebot gehabt. Das Spannendste, glaube ich, in dem Sinne war Borussia Dortmund. Es war damals die Anfangszeit auch von Jürgen Klopp. In der Zeit davor, der BVB so diese finanzielle Krise hatte. Am Ende des Tages habe ich mich für das bessere Angebot und für das Abenteuer Istanbul entschieden. Bräuchst du den Schritt? Absolut überhaupt nicht. Also Bechtdach gute Station. Absolut, ja. Ich habe ein paar türkische Fans, die auch gucken. Ich glaube, die werden sich extrem freuen, wenn du da ein bisschen gleich was davon erzählst. Würdest du sagen, es war rein dann auch der finanzielle Aspekt, dass du sagst, du gehst da hin, weil ich sage mal, Borussia Dortmund war auch schon ein Name, wo man sagt, es ist ein großer Name, aber halt finanziell schwach zu dem Zeitpunkt. Würdest du sagen, das war ausschlaggebend? Absolut, ja, muss man ganz klar sagen. Also ich habe da einfach mehr Geld verdient. Also ehrlich muss man dann auch, oder muss ich zu mir selber sein. Ja, zum zweiten Mal letztendlich auch diese Auslandserfahrung. Ja, für mich war auch klar, ich will auch in meiner Kerre im Ausland spielen. Besiktas Istanbul ist der größte Verein für mich in der Türkei. Und das war das Abenteuer wert auf jeden Fall. Also diesen Satz, den werde ich jetzt ganz oft hören, dass die Leute sagen, Roberto Hilbert hat gesagt, Besiktas Istanbul ist der größte Verein in der Türkei. Also man hört immer öfter auch in der Türkei, dass so Gehälter nicht gezahlt werden. Wusstest du das vorher oder beziehungsweise hast du auch Erfahrungen damit gemacht? Nee, das war ja so Standardprogramm eigentlich. Also man hat das von anderen Kollegen, die man kannte, so ein bisschen mitbekommen. So nebenher, mein Berater hat mir das im Vorfeld auch gesagt, dass das möglich ist. Ich selber habe Erfahrung damit gemacht. Hast du mitgemacht? Ich habe auch Gehälter nicht bezahlt bekommen. Haben wir dann aber gelöst. Also man weiß es schon und geht trotzdem darauf ein, wenn man sagt, okay, Gehälter werden einfach nicht gezahlt. Ja, man muss ja immer dazu sagen, ich bin dann am Ende des Tages ein ausländischer Spieler. Es ist dann natürlich ein FIFA-Vertrag. Man hat das Sportgerecht und die FIFA letztendlich auch an der Seite. Am Ende des Tages ist dann für einen Verein oder für so einen großen Verein, ich glaube, dann eher schwerwiegender, wenn man sanktioniert wird, wie wenn man Gehälter bezahlt. Also das verstehen ja viele immer nicht, vor allem Leute, die mit der türkischen Liga nichts zu tun haben. Wie kommt das zustande, dass Gehälter einfach nicht gezahlt werden? Also für viele, die den deutschen Fußball nur verfolgen oder englische Liga oder spanische, die können das gar nicht verstehen. Wie? Du hast doch einen Arbeitsvertrag. Ja, hast du, aber erklär mal ein bisschen. Wie kommt das zustande? Das müsste man mal dem Präsident fragen, wie das zustande kommt. Das kann ich dir so nicht beantworten. Aber ich, ja, es ist letztendlich auch so ein bisschen, ich sage immer, für mich die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und ich bin mit der Türkei am Ende des Tages auch einfach so eine Systemfrage. Ja, bei uns in Deutschland, egal ob man jetzt in einem Fußballverein arbeitet, als Spieler, als Mitarbeiter, als Trainer, was auch immer oder in einer normalen wirtschaftlichen Firma, ist das ja undenkbar. Ja. Also es ist ja, wo du sagst, es ist nie möglich. Dort ist es möglich tatsächlich. Die Türken haben einfach ein Problem. Es gibt nicht viele, die einen Fußballverein führen können. Ja, ich kann das nur anhand eines Fußballvereins beurteilen. Und am Ende, ja, verstehen sie das System einfach teilweise nicht und verbauen sich dadurch einfach auch extrem viel. Was glaubst du, was ist die richtige Entscheidung, wenn du dein Gehalt nicht bekommst? Solltest du weiterspielen oder solltest du eventuell alles boykottieren und sagen, solange ich mein Geld nicht bekomme, spiele ich nicht? Und wie hast du es gemacht? Also wir haben ja auch diese Diskussionen gehabt damals innerhalb unserer Mannschaft und wir haben uns dafür entschieden, weiterzuspielen. Ja, weil wir nicht nur für uns, aber auch letztendlich für unsere Fans letztendlich auch da sind, ja, weil die können ja nichts dafür. Und wir wollen natürlich für uns persönlich einfach auch die Plattform weiter generieren. Ja, klar ist es natürlich dann etwas schwierig, sich zu motivieren, in Anführungsstrichen, wenn man weiß, okay, am Ende des Tages spiele ich jetzt einen Monat für umsonst, in Anführungsstrichen, umsonst ist es ja nicht. Ja, aber am Ende des Tages, ich glaube, klar, das Finanzielle ist das eine. Ich arbeite dafür, letztendlich um Geld zu verdienen. Aber ich denke, in meinem Fall war es, ich liebe den Fußball zu sehr, um ihn dann zu boykottieren. Hat bei euch die ganze Mannschaft damals kein Geld bekommen, oder was? Ja, viele. Also es war letztendlich so eine Phase, wo viele einfach keine Gehälter bekommen haben. Ich weiß nicht, ob es bei jedem der Fall war, das kann ich nicht beurteilen, aber es waren einige auf jeden Fall, die da betroffen von waren. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, also wirklich alles zum Verständnis für die Leute. Du bekommst kein Gehalt, keine Ahnung, erster des Monats, siehst, Geld geht nicht ein und gehst dann irgendwann mal zu jemandem hoch und fragst, wo ist mein Geld? Was antwortet er dir? Haben wir nicht? Oder habe ich verballert? Wir sind dabei, es zu organisieren. Das ist eine wilde Antwort. Das ist eine ganz wilde Antwort und damit kann man auch, ja, das nimmt letztendlich den sämtlichen Wind aus den Segeln, weil du auf die Antwort einfach keine Antwort hast. Wie viel Hoffnung hast? Auf diese Aussage hast du keine Gegenantwort. Wie viel Hoffnung hat man da, dass das Geld noch kommt? Ja, wie gesagt, am Ende hat man nochmal, es gibt FIFA-Regularien und da hat man letztendlich auch schon eine Power hinter sich, ja, nochmal für so einen großen Feind, der auch abhängig, teilweise abhängig davon ist, auch international zu spielen, um dort auch Geld zu generieren, wäre es natürlich oder ist es schwerwiegend, dann auch dafür, dann sanktioniert zu werden, nicht international spielen zu dürfen oder keine, hatten wir auch schon in der Geschichte des Fußfalls, keine Transfers tätigen zu können und so weiter und so fort. Deswegen habe ich für mich keine Sorge gehabt, dass ich mein Geld nicht bekomme. Du bist 2011 Pokalsieger geworden mit Pesiktaş. Richtig. Und ich muss sagen, du hast, wenn man auf deine Karriere blickt, hast du eigentlich mit jedem Verein, wo du gespielt hast, immer um die Meisterschaft gespielt. Und wie ist das in der Türkei, Pokalsieger zu werden? Was ganz, ganz Großes. Also es war, ja, es war eine Saison, wo wir definitiv einen Titel gewinnen wollten, weil der Verein große Transfers getätigt hat. Wir hatten eine Qualität, davon bin ich überzeugt, jedes Jahr Meister und Pokalsieger werden zu können. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir mit der Qualität, die wir dort hatten, auch Minimum die Europa League hätten gewinnen können. Gewinnen? 100 Prozent. Wer waren denn so Spieler, dass du sagst, die Qualität? Guti, Guaresma, Almeida, Chimao, also wirklich große Jungs. Dieter Fabian Ernst, natürlich mich eingeschlossen. Ja, wie gesagt, große Jungs. Wir haben ein schweres Finale gehabt, im Elfmeterschießen, dann das Spiel gewonnen, wo ich leider einen verschossen habe. Aber natürlich am Ende des Tages die Überzeugung hatte, dann auch an den Elfmeterpunkt zu gehen. Ja, für uns als Verein und für uns als Spieler war es etwas ganz Großes. Wie würdest du die Relation einschätzen, Pokal und Liga gewinnen? was ist wichtiger? Ja, ich glaube, am Ende ist es natürlich, ja, ich glaube, die Liga ist schon nochmal einen Schritt drüber oder ein Level mehr, aber am Ende des Tages ist es ein Titel, was man über die Saison hinweg gewinnt und von der Gewichtung ist es, glaube ich, ähnlich. Türkei ist ja auch von den Fans ein bisschen extremer. Was würdest du sagen, warum ist das so? Was macht diesen türkischen Fußball so besonders oder beziehungsweise was ist auch der größte Unterschied zwischen dem türkischen Fußball und dem deutschen Fußball? Weil diese zwei Bereiche kannst du beurteilen. Ja, ich glaube, also wenn man rein über den Fußball spricht, glaube ich, unser Fußball in der Ausbildung besser und dadurch einfach auch dann in den Profiligen deutlich besser. Ich glaube, dass auch der, ja, ich glaube, so die Vermarktung der Bundesliga besser ist wie die türkische Liga. Trauriger ist in der Türkei, dass sie wirklich sehr, sehr viele talentierte Fußballer haben in jungen Jahren. Nochmal, aber leider das System nicht ganz verstehen, dann auch junge Spieler zu generieren beziehungsweise jungen Spielern auch die Möglichkeit zu geben. Wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat die Türkei, 70, 75 Millionen, gefühlt das Gleiche nochmal außerhalb der Türkei lebende türkische Bürger, kommt schon einiges zusammen an jungen Spielern. Ja, man hat aber mehr den Fokus dann, Spiele aus dem Ausland zu holen, um ja dann einen Markt zu generieren mit großen Namen. Das ist so der Unterschied, glaube ich, was natürlich den Fanatismus anbetrifft. Ich glaube, dass wir auch sehr fanatische Fans in Deutschland haben, dass aber so ein bisschen anders gelebt wird. In der Türkei ist das natürlich, ich will keinem zu nahe drehen, aber so gleichgesetzt wie eine Religion. Und du wirst in einen Verein hineingeboren. Also du entscheidest dich nicht als Kind irgendwann mal, ich bin jetzt Besiktas-Fan. Nee, das ist so. Also wenn die Familie Besiktas-Fan ist, dann bist du auch Besiktas-Fan. Oder genauso wie bei den anderen Klubs. Wie ist das, das erste Mal in so ein Derby reinzugehen? Also ich war schon bei einigen Derbys, auch in der türkischen Liga. Wie war das für dich als Spieler? Vor allem, ich glaube, Besiktas hat sogar den Rekord aufgestellt, damals auch noch für das lauteste Stadion oder die höchste Anzahl an Dezibel gegen Leipzig war das sogar, glaube ich. Wie war das für dich, in so ein Derby reinzugehen? Also mein erstes Derby, das saß ich auf der Bank gegen Fenerbahce. Das zweite Derby habe ich gespielt im alten Al-Isamien-Stadion gegen Gala. Ist natürlich, ja, Derby ist, das kannst du mit keinem Spiel der Welt, glaube ich, vergleichen in der Türkei. Ich glaube, es gibt wenige Derbys, die so interessant und so spannend sind wie die türkischen Derbys. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, ja, es ist letztendlich, es geht um Prestige, es geht, wer ist der Größte? Ja, alle drei Großen sind in einer riesen Metropole Istanbul und da geht es letztendlich auch immer um Vorherrschaft und ja, es wird elektrisiert die ganze Woche. Also du hast wirklich von letztendlich, ich sage jetzt mal, Sonntag ist der letzte Spieltag vor dem Derby. Wenn dieser Spieltag abgeschlossen ist, dann geht es nur noch um dieses eine Spiel. auf jedem TV-Kanal, in jeder Tageszeitung, es wird in jedem Sportkanal gibt es einen Countdown, der dann runtergezählt wird bis zum Anpfiff. Es werden die Derbys der letzten zehn Jahre, glaube ich, hoch und runter gespielt und sämtliche Bilanzen und Statistiken irgendwie gezeigt und so weiter und so fort und so wird das natürlich gepusht und am Ende des Tages geht es darum, nicht nur zu gewinnen, sondern einfach das Trikot, das man anhat, mit Stolz zu tragen und für seinen Verein alles zu geben. Oder sagen wir mal so, wie schätzt du deinen Stellenwert aktuell bei Besiktas ein, also jetzt heute? Ist nach wie vor meine größte Fanbase, also ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Draht, der ist schon immer in meiner Zeit, wie ich da gespielt habe, habe ich, glaube ich, mir sehr, sehr viel Respekt erschafft oder erschaffen oder erarbeitet durch meine Leistung und durch mein Engagement als Spieler und letztendlich auch, wie ich, ja, man spricht ja immer davon, mit Stolz das Trikot zu tragen und das habe ich, habe ich die drei Jahre lang extrem gemacht. Ja, und auch im Nachgang letztendlich auch, wie ich den Verein verlassen habe, bin ich immer dem Verein verbunden geblieben. Es war so, ja, es ist so mittlerweile so eine Herzensgeschichte, was ich mit den Fans habe und das sieht man ja auf all meinen Plattformen, auf denen ich letztendlich vertreten bin, egal ob ich Interviews gebe oder wie auch immer, ist letztendlich die Präsenz immer der Besiktas-Fanstar und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass ich in den drei Jahren sehr viel richtig gemacht habe. Was glaubst du, was wäre passiert, wenn du im Derby drei Tore geschossen hättest und die hätte 3-0 gewonnen? Ich glaube, dann hätte man mir eine Statue gebaut. Sag ich auch. Aber ich glaube, das ist so eine, also das ist geisteskrank, als Fan ist es ja schon verrückt da zu sein. Ich stelle es mir als Spieler einfach unglaublich vor. Ich sage, da kriegt man auch Gänsehaut beim ersten Derby vor allem. Nochmal, es ist auch so ein Thema, was man nicht so ganz beschreiben kann. Das muss man einfach, erlebt haben. Ich glaube auch, wenn man auf der Tribüne ist, ist das schon extrem. Dann auf dem Platz, wenn man dann so ein Derby hat, wird natürlich dann auch immer hitzig und es wird natürlich dann auch extrem und es wird emotional. Und wenn man dann öfters vom Platz als Sieger geht wieder an, dann ist das natürlich umso besser. Lass uns mal auf die Entwicklung vom türkischen Fußball kommen, weil du was Gutes erwähnt hast. Ich habe das Gefühl, dass der türkische Fußball aktuell nicht so nachhaltig alles aufbaut, sondern eher versucht, kurzfristigen Erfolg irgendwie zu bekommen mit großen Namen und was auch immer. gefühlt nächstes Jahr hast du dann wieder eine komplett neue Mannschaft. Was glaubst du, woran liegt das, dass sie nicht so langfristig denken? Also das sind ja bestimmt ein paar Menschen, die ein bisschen einen Verein führen können. Ja, das ist interessant. Also zum einen ist das Interessante. Die Menschen, die diese Vereine führen, führen ja auch ihre eigenen Unternehmen und da funktioniert es ja lustigerweise meistens auch, weil wenn man Präsident eines Vereins, also jetzt in Besiktas Fall, ist Besiktas eine Aktiengesellschaft, da muss man ja auch ein bisschen Geld mitbringen, um da Präsident zu werden, um das so ein bisschen zu relativieren. Ja, ich glaube, und das ist für mich das größte Thema, was den türkischen Fußball betrifft, keine nachhaltige Arbeit. Nochmal, ich habe es gerade eben erwähnt, es gibt so viele, so viel Angebot an Spielern, türkischen Spielern, dass man da, glaube ich, nachhaltig sehr, sehr gut arbeiten könnte. Ich glaube, die Thematik ist die, dass gerade bei den großen Klubs immer sehr großer Erfolgsdruck herrscht. Ja, wenn man jetzt mal ganz, ganz viele Jahre zurückgeht, wenn man einen FC Bayern, glaube ich, anguckt, der irgendwann mal gefühlt auf Reset gedrückt hat, dann kam Uli Hoeneß und der hat das Ding komplett von neu aufgebaut. Heute arbeiten sie dann im Jugendbereich bis zum gewissen Punkt nachhaltig und können dann von wirklich großen Talenten letztendlich profitieren. Ob man es dann macht, ist eine andere Geschichte, aber und das ist, was der türkische Fußball einfach nicht auf die Reihe bekommt, weil keiner da ist, der diesen öffentlichen Druck auch standhalten kann, dann wirklich einen klaren Plan aufzustellen und zu sagen, wir arbeiten jetzt wirklich nachhaltig, wir bauen eine Jugendakademie auf, wie wir es jetzt hier in Fürth haben, in NLZ, wie man heute, oder wie man bei uns in Deutschland sagt und versuchen da wirklich eigene Spieler zu generieren. Man muss auch ganz klar sagen, wenn man eigene Spieler generiert und die dann zu Profis macht, kann man die nicht falsch verstehen, ist auch nicht böse gemeint, letztendlich auch zu Geld machen. Ja. Ja, das ist das Business-Fußball, dass man junge Spieler rausbringt, zum Profi macht und am Ende des Tages viel Geld im besten Falle verkaufen kann. Und das ist, was der türkische Fußball einfach nicht auf die Kette kriegt. Und ich bin der Meinung, wenn es einer hinkriegt, der wird die nächsten 30 Jahre die türkische Liga regieren, weil er einfach aus eigener Kraft, beziehungsweise aus eigener Kraft, meine ich damit, mit eigenen jungen Spielern, dann, glaube ich, Großes bewirken kann, plus den Verein wirtschaftlich gesund macht. Siehst du das in Zukunft, dass das passiert? Absolut überhaupt nicht. Das ist eine klare Antwort. Ich hoffe es einfach für den türkischen Fußball. Wie du sagst, so viele verrückte Fans, auch so viele gute Spieler, die da jedes Jahr auch rauskommen, auch wie du schon sagst, 70 Millionen Türken in der Türkei und gefühlt nochmal 70 außerhalb. Da könnte was Großes entstehen und die türkische Liga könnte 100% zu den Besten der Welt zählen irgendwann, wenn es jemand richtig macht. Ja, ich glaube nicht nur das Spielerthema, ich glaube auch das Marketingthema und auch das Vermarkten von solchen Vereinen ist für mich nicht gut. Ja, weil du hast, ja, wie gesagt, ich bin mit Türken aufgewachsen, ich habe Türken in der Familie und so weiter und so fort. Ich weiß, wie das läuft und gefühlt leben Türken überall auf der Welt und es gibt aber nichts von den türkischen Vereinen zu kaufen. Und das sind halt einfach alles Dinge, die man in der Türkei, ja, wie sagt man, man guckt nicht über den Tellerrand hinaus und das ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob es eine Kultureigenschaft ist oder ob es einfach nur, ja, keine Weitsich für die Zukunft ist oder wie auch immer, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, ja, wenn mich einer fragen würde, ich hätte ein paar gute Ideen auf jeden Fall. Ich wollte sagen, gerade Roberto Hilbert für Präsident bei Besiktasch. Können wir doch eine Petition machen, gucken, ob das was wird. Musst du ein bisschen Geld mitbringen, hast du gesagt. Ja, stimmt. Dann lass uns mal auch beim Besiktasch-Thema noch mal kurz bleiben zu einem Thema, was vielleicht nicht so schön für euch war, auch dieser berühmte Wettskandal. Erzähl mir mal ein bisschen davon für die Leute, die es nicht wissen. Ja, es war natürlich erst mal ein extremer Schlag ins Gesicht für uns Spieler, also weil du natürlich in die Vorbereitung gehst, wie immer, und dann sitzt du im Trainingslager und auf einmal, und wir hatten, man muss dazu sagen, wir hatten im Trainingslager meist, also wenn wir im Trainingslager länger zusammen waren und auch in den Hotels, wo wir dann unterwegs waren, hatten wir im Essenszimmer immer einen großen Fernseher oder eine große Leinwand. Und dann siehst du halt auf der Leinwand damals in Österreich im Hotel, wie dann auf einmal, ich glaube, in dem Fall, glaube ich an dem Tag, glaube ich 90 Menschen verhaftet wurden in so Stadtbussen, abtransportiert wurden und du natürlich erst mal denkst, so, was ist hier jetzt auf einmal los? Wurden wir halt auch aufgeklärt, was Sache ist und dann war letztendlich dieser große Wettskandal. Wie habt ihr das als Spieler wahrgenommen? Also hat euch das irgendwie beeinflusst, dass ihr sagt, keine Ahnung, ihr habt Angst, dass euer Verein, was weiß ich, dass er absteigt, was es ja auch nicht, also es gab es ja schon mal, zum Beispiel Juventus Turin. Wie seid ihr als Spieler damit umgegangen? Ja, im ersten Moment gar nicht, also mit gar nichts irgendwie umgegangen. Wir haben das erst mal so, also das ist für meinen Teil, ich habe mir das erst mal alles so ein bisschen angeguckt, was passiert jetzt und so weiter und so fort. Wo es dann wirklich ernst wurde für uns auch, in Anführungsstrichen, wo dann unser damaliger Vizepräsident und damaliger Cheftrainer in die Türkei mussten zu einer Zeugenaussage. Ich weiß das noch wie heute, die sind glaube ich, meine ich, an einem Dienstag oder Mittwoch in die Türkei geflogen und wir hatten glaube ich Freitag ein Testspiel und der Trainer meinte noch, es ist kein Problem, Freitag zum Testspiel bin ich wieder da. Ja, das Freitag zum Testspiel bin ich wieder da, war dann glaube ich fünf Monate später oder sechs Monate später. Bei so einem blöden... In der Türkei schlägt die Zeit ein bisschen anders. Und beide waren halt letztendlich in Urhaft. Das ist dann schon kein schönes Gefühl, wenn dann dein Trainer und dann auch dein Vizepräsident, mit dem du auch gut kannst und gutes Verhältnis hast, dann nicht da sind beziehungsweise dann halt auch ja letztendlich festgehalten werden, obwohl sie nichts getan haben. Und ich glaube, das war, da sind wir wieder bei so politischen Dingen, ja, wenn dann die anderen großen Vereine auch irgendwie so ein bisschen da beobachtet werden, dann muss natürlich der Letzte davon auch oder der Dritte im Bunde dann auch mit involviert werden, weil sonst wird es ja nicht rund. Ja, und dann ist das erst mal kein schönes Gefühl. War die Thematik, dass die Saison vier Wochen später anfing, also du hast dann nochmal vier Wochen Vorbereitung gehabt und dann wurde das ganze System so ein bisschen in der Phase so ein bisschen umgeworfen, weil wir natürlich dann auch international gespielt haben. Wir sind dann in der Saison ein extremes Pensum gefahren, weil du, glaube ich, die komplette Saison durch nur englische Wochen hattest. Dann hast du natürlich dementsprechend auch Nationalspieler, die dann unterwegs sind und so. Das ist dann schon eine Hausnummer am Ende des Tages. Also war auf jeden Fall eine schwierige Zeit auch für euch als Spieler. Okay, gib mal für die Beşiktaş-Fans so eine Einschätzung, wo du sie dieses Jahr siehst. Verfolgst du den türkischen Fußball aktuell überhaupt? Ja, unbedingt. Natürlich, klar. Ich habe auch Bainsports, also da kann ich türkischen Fußball gucken. Für mich ist ganz klar, ich bin mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, ich bin seit meiner Zeit in Istanbul, bin ich Beşiktaş-Fan. Und für mich ist Beşiktaş immer, für mich ist ganz klar, am Ende der Saison werden sie türkischer Meister. Und das ist die klare Zielsetzung, die ich für diesen Verein jedes Jahr habe. Na, dann sehen wir mal. Stell mal vor, nächstes Jahr kommt eine Gruppe, wenn das möglich wäre, in der Champions League. Kräuter führt, Leverkusen, Stuttgart und Beşiktaş. Das wäre es. Für wen wäre es so? Für meinen Arbeitgeber Kräuter führt. Gute Antwort. Man merkt, mir ist auch aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das siehst, alle Profifußballer haben in Interviews immer so, ich gucke mir manchmal ein Interview an, wenn er was gefragt wird, jetzt eine kritische Frage und der hat dann irgendwie 30 Sekunden geredet, hat aber irgendwie gar nichts gesagt. Der hat so drumherum geredet. Das macht die Fußballer gut, muss man sagen. Das ist die Schule des Fußballs. Ja, da werdet ihr auch bestimmt ein bisschen geschult, in den Interviews. Okay, dann lass uns mal deine Beşiktaş-Zeit so ein bisschen abschließen. Wolltest du nicht verlängern? Wollte der Verein nicht? Was war? Ne, ich wollte tatsächlich verlängern. Also, ich war damals mit dem damaligen Vizepräsident und mit meinem Berater damals auch schon in Gesprächen. Ich hatte Bedingungen gestellt für meinen neuen Vertrag, die wurden mir so zugesagt. Dann war letztendlich das Überwürde, habe ich mich mit dem damaligen Präsident einfach auch aufgrund meiner fehlenden Zahlungen und so weiter, sind wir wieder beim Thema Geld letztendlich ein Stück weit überworfen und dann hat sich das Thema irgendwann erledigt. Was hattest du für Angebote? Du hast ja bis dahin auch gut gespielt gehabt bei Beşiktaş, gut performt, also du konntest dich ein bisschen anbieten. Ich hatte tatsächlich zwei Vereine damals in die Premier League zu wechseln und dann auch nach Leverkusen zu wechseln und habe mich dann entschieden dafür nach Leverkusen zu gehen. Wer waren die Vereine in der Premier League? Damals FC Fulham und Sunderland. Im Nachgang war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil beide Vereine sind abgestiegen. Ja, wer weiß, vielleicht wenn du da gewesen wärst, nicht. Nee, aber ich habe mich dann letztendlich, Leverkusen hatte letztendlich den Vorteil, klar, zurück nach Deutschland, war so ein Punkt, wobei ich heute sage, Stand jetzt wäre ich lieber ins Ausland wiedergegangen oder im Ausland geblieben. Aber Leverkusen, Top-Mannschaft der Bundesliga, Champions League, oder die waren schon in der Saison davor für die Champions League qualifiziert und immer ein ambitionierter Verein, um Titel zu gewinnen in der Bundesliga plus auch sich für die internationalen Plätze zu qualifizieren. Hast du irgendwie nochmal Hoffnung auf Nationalmannschaft gehabt in Deutschland oder dachtest du dir so, okay, nach dem öffentlichen Kritisieren ist das zu Ende? Ja, Hoffnung hat man immer ein bisschen. Wir sind ja alles Menschen und man kann kommunizieren. Und ich glaube, wenn man wirklich gewollt hätte, dann hätte man den Weg zu mir gefunden und vielleicht das ein oder andere ausgeräumt. in einer gewissen Form hat man immer ein bisschen Hoffnung, auch in der Zeit in Istanbul. Ich habe international gespielt, ich habe immer über 100 Pflichtspiele für Besiktas gemacht. Ich war noch nicht alt, ich war in der Blüte meines Lebens und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass ich besser war wie der ein oder andere in der Nationalmannschaft. Ja, aber es ist, am Ende war der Zug abgefahren. Du bist zu Leverkusen zurückgegangen und dort gibt es eine ganz wilde Statistik. Du hast einen Rekord, sechs Elfmeter verursacht. Wie gehst du mit so einem Rekord um? Ja, am Ende stehe ich in der Bundesliga-Geschichte mit dem Rekord. Also von daher erstmal nichts Die muss man auch erstmal schaffen, oder? Erstmal nichts Verwerfliches. Aber tatsächlich in der Saison natürlich der absolute Horror. Man muss fairerweise, wenn man alle sechs Elfmeter sich nochmal anguckt, dann waren definitiv drei keine Elfmeter. Aber unabhängig davon ist es natürlich ein Rekord, den auf der einen Seite glaube ich kein Mensch braucht. Aber wie gesagt, ich stehe da in der Geschichte des deutschen Fußballs, deswegen alles cool. Ja, aber es ist natürlich, wenn du dir dann denkst, so, dann kommt der nächste Elfmeter in den Vorsitzenden und denkst, nee, jetzt kann das nicht sein. Wie geht man da aber, also mit welcher Vorsicht oder mit welcher Angst auch, geht man dann in den nächsten Zweikampf, wo man weiß, scheiße, vielleicht letzten Spieltag schon, vorletzten auch. Also ist man dann vorsichtiger und eventuell vielleicht dann, ja, also vorsichtiger dann nicht so ganz dran am Gegenspieler? Absolut gar nicht. Also ich habe mir, klar hat man sich Gedanken gemacht, meine Mannschaftskollegen, der ein oder andere hat sich dann auch lustig gemacht. Fandst du den Trainer auch so lustig? Ja, na, absolut überhaupt nicht. Aber, ja, ist halt so. Ja. Scheiß drauf. Aber am Ende des Tages war ich tatsächlich nicht vorsichtiger oder ängstlicher. Ich habe mein Spiel trotzdem weiter durchgezogen. Ich habe dafür Bernd Leno besser gemacht, ja, der hat, glaube ich, von 6-3 gehalten in der Zeit, also. Na siehst du? Habe ich wieder was Gutes getan. Win-Win-Situation. Dann lass uns mal zur Champions-League-Saison 2014 gehen. Gruppenphase auch überstanden und dann kommt Atletico Madrid. Ihr gewinnt 1-0 im Hinspiel und im Rückspiel verliert ihr 1-0 und es geht ins Elfmeterschießen. Wie nimmt man das wahr? Vor allem gegen eine, also ich weiß nicht, wie unsympathisch Atletico Madrid 2014 war, aber heutzutage nicht gerade den sympathischsten Fußball, sagen wir mal so. Ja, also wobei ich liebe den Fußball, den sie spielen. Also ich mag auch Diego Simeone. Bisschen ein Fan von ihm, ja. Absolut, ja. Ich liebe das auch anzuecken und so ein bisschen anders zu sein. Ja, absolut bitter, weil Donner natürlich im Hinspiel in Leverkusen haben wir ein Riesenspiel abgeliefert und müssten eigentlich mehr, also ich glaube, wenn wir 2-3-0 gewinnen, dann kann sich auch keiner beschweren. Ja, und dann fährst du natürlich nach Madrid und weißt, du kannst weiterkommen. Weißt aber auch, dass du da auch verlieren kannst und vielleicht auch in die Verlängerung beziehungsweise ins Elfmeterschießen gehen kannst. Ja, und am Ende des Tages haben wir leider, ich glaube, ich meine, wir hatten zwei verschossen, glaube ich. Zwei Spieler, ich meine sogar Stefan Kiesling und Irma Toprak waren das, meine ich. Zwei absolut sichere Elfmeterschützen. Ja, wie gesagt, das ist dann am Ende der Fußball und ich glaube, das sind auch die Dinge, die dem Fußball am Ende des Tages auch ausmachen. So sieht es aus. Ich muss nur kurz korrigieren, 2014 war es nicht, sondern 2014 war auch ein wildes Spiel und zwar das Achtelfinale gegen Paris. Das war 2014. 2015 war das Atletico-Spiel oder 2016. Hab es jetzt hier nicht ganz, also 2014 war das, können wir auch mal kommen, auch genau gleiches oder gutes Beispiel. 2014, Champions League, Gruppenphase wieder überstanden und dann kommt Paris mit Zlatan Ibrahimovic vorne. Gegen den hast du ja schon gespielt gehabt, als er noch in Barcelona war. Jetzt ist er wieder da und vielleicht zu einer viel besseren Phase, als er es in Barcelona war. Ihr habt das Hinspiel nicht gewonnen und das Rückspiel auch nicht. 4-0. Ja, da kam es Zlatan-Time. Ich glaube, ich meine, der hat zwei Tore gemacht in dem Spiel. Das ist halt Zlatan Ibrahimovic. Bist du ein Fan von ihm? Absolut, ich liebe ihn. Von seiner Art oder von seinem Fußball? Von beidem. Also ich liebe mehr seine Art wie sein Fußball, aber ich finde ihn einfach geil. Aber mir fällt auf, du hast ja selber erzählt, dass du so ein Typ bist, der selber so ein bisschen aneckt und seine Meinung sagt. Ich glaube, da sind so, also jetzt weiß ich auch, warum du dann Simeone oder auch ein Ibrahimovic dann auch magst und sagst, Also auch Mourinho zum Beispiel. Ja, Mourinho ist sowieso ein geiler Typ. Wer ist für dich der beste Trainer der Welt? Boah, das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Für dich persönlich? Für mich persönlich, boah, das ist schwierig. Ich glaube, aktuell oder generell, also ich finde, für mich einer der besten Trainer war Jupp Heynckes tatsächlich. Aktuell kann man das, glaube ich, ganz, ganz schwer sagen, weil jeder seine eigene Art Fußball hat. Also Pep ist der Tiki-Taka-Taktik-Fuchs. Jürgen Klopp, der angriffspressigen Maschinentrainer. Mourinho ist, glaube ich, mehr so über das Emotionale gekommen. Kann man, glaube ich, schwer sagen. Diego Simone ist der, ja, der die Abwehr, glaube ich, sehr im Fokus legt. Ich glaube, das kann man ganz schwer sagen, wer der Beste wirklich ist. Okay, dann Leverkusen wieder zurück. Wie war deine Zeit in Leverkusen? Erzähl mir mal ein bisschen. Sehr gut zu Anfang. Also ich kam da hin, wo ich lange nach Besiktas erst mal über den Sommer hinaus kein Verein hatte, wo das sich alles ein bisschen gezogen hat. Und Leverkusen war letztendlich, ich habe da unterschrieben, wie die Mannschaft schon drei Wochen in der Vorbereitung war. Und das ganze Thema ging letztendlich innerhalb von 24 Stunden über die Bühne. Dann bin ich mit ins Tegislager gefahren, direkt und so weiter und so fort. Da habe ich so anfangs ein bisschen Zeit gebraucht, um wirklich reinzukommen und auch richtig fit zu werden. Dann war ich drin, dann war natürlich klar, erste Saison war relativ erfolgreich für uns alle. Für mich persönlich war es okay, war es durchwachsen. Thema Elfmeter auch und so, es war so ein bisschen doof. Dann kam der neue Trainer. Wer war das zu der Zeit? Roger Schmidt damals, der mir dann in einem Gespräch signalisiert hat, dass es besser wäre, wenn ich den Verein verlasse, weil er über mich letztendlich Dinge gehört hat, die ihm nicht so passen. Private Dinge oder fußballerische? Nein, fußballerische Dinge. Ja, also wie mein Charakter auch ist und wie meine Art ist, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wenn ihm mich halt was gestört hat, dann habe ich es gesagt beziehungsweise wenn mir was nicht gepasst hat, dann hat das Gefühl der ganz Leverkusen gespürt. Ja, und das wollte anscheinend nicht. Ich habe mich aber dann nach reiflicher Überlegung und auch mit Beratung oder beziehungsweise mit Gespräch meines Beraters ganz klar ausgetauscht und wir haben ganz klar gesagt, wir werden hierbleiben. Das habe ich ihm dann damals am nächsten Tag mitgeteilt. Ja, die Anfangszeit dann mit der Saison war nicht einfach, weil ich dann erstmal nicht im Kader war, war so außen vor und erstmal nicht so gesehen worden, wie ich eigentlich bin und dann durch ein bisschen Glück in die Mannschaft gerückt. Dort ein Riesenspiel abgeliefert, mit einer Torvorlage 1-0 gewonnen und ab dem Zeitpunkt war ich letztendlich ja, unantastbar vielleicht nicht, aber habe letztendlich jedes Spiel gemacht, habe dann eine absolut überragende Saison geschpielt, habe dann auch meinen Vertrag verlängert um zwei Jahre. Roger Schmidt hatte auch danach mal erwähnt gehabt, dass du für ihn einer der besten deutschen Verteidiger bist oder vielleicht sogar der Beste. Wie motivierend oder wie glücklich ist man auch darüber, dass man sieht, okay, man hat dem Trainer jetzt das Gegenteil bewiesen, nachdem er dich nicht wollte? Ja, es ist natürlich eine Bestätigung meiner Art. Also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ich bin sehr, sehr ehrgeizig und wenn einer sage, ich kann was nicht, dann werde ich es ihm beweisen, dass das ein Fehler war, was er da gesagt hat. Man kann was nicht, gibt es für mich nicht. Es ist alles möglich im Leben und das habe ich letztendlich für mich bestätigt. Nicht für jemand anders oder für irgendwelche Fans oder für irgendwelche wen auch immer, sondern ich habe das mir bestätigt, dass ich einfach der Beste bin. Letztendlich war es am Ende des Tages so und dann war die Aussage zu dem Zeitpunkt absolut berechtigt, aber es ist natürlich absolut was Wundervolles, wenn ein Trainer sowas öffentlich über dich sagt, weil das eine Bestätigung ist für das, was ich jeden Tag leiste. Dann lass uns wieder zu dem Thema auch kommen, Leverkusen ist ja aktuell auch eine Mannschaft, die oben mitspielt. Was würdest du dann auch jetzt wieder sagen, was macht Leverkusen heute gut, was sie in den eventuellen letzten paar Jahren nicht so gut gemacht haben? Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede, weil ich glaube, Leverkusen, auch zu meiner Zeit, war immer fußballerisch eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft mit sehr, sehr hochtalentierten jungen Spielern, aber auch mit sehr vielen erfahrenen Spielern, mit sehr vielen Nationalspielern auch, die wir auch hatten, die heute auch wieder da sind, beziehungsweise Nationalspieler, die auch da sind. Ich glaube, was Leverkusen so immer ein bisschen gefehlt hat, ist die Konstanz über die Saison hinweg. Ja, da sprechen wir wieder über die Konstanz, da sprechen wir wieder über den FC Bayern. Am Ende, die kriegen das einfach hin und so eine Mannschaft wie Leverkusen oder auch der BVB oder auch RB Leipzig, die kriegen das über eine Saison dann einfach nicht hin. Ja, da wirklich konstant das Ding knallert durchzuziehen. Ich würde es mir wirklich für Bayer Leverkusen wünschen, nicht nur, weil es mein Ex-Verein ist oder mein ehemaliger Arbeitgeber, sondern weil sie einfach auch verdient haben, diesen, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber diesen Scheiß-Titel, Vizekusen abzulegen, dass sie das endlich mal auch dann an der Akte legen können. Ich würde es ihnen auch geben, wobei man sagen muss, was ich finde, was einfach auch dieses Jahr sehr gut gelungen ist, sind die Transfers, die auch gemacht worden sind mit Bonny Face, der unglaublich spielt, dann Grimaldo und wie sie alle heißen. Das funktioniert sehr gut. Eine junge Truppe, wo ich sagen muss, auch Fußball, den ich mir gerne angucke, aufgrund auch von Xabi Alonso. Also man muss sich vorstellen, Xabi Alonso hat die Mannschaft letztes Jahr übernommen, am sechsten Spieltag, da standen sie auf dem siebzehnten. Und schaue sich an, was die Mannschaft dann geleistet hat. Was glaubst du, wie groß war der Impact von Alonso, dass er da gekommen ist? Also wie wichtig war seine Rolle? Da sind wir auch wieder beim Entwickeln. Ich glaube, Xabi Alonso ist ein Spieler, der alles erlebt hat, der die größten Titel gewonnen hat, die man gewinnen kann im Fußball. Und ich glaube, mehr Erfahrung geht nicht. Klar, Erfahrung mit letztendlich auch Menschenführung, das ist natürlich eine Mischung, die ist, glaube ich, extrem viel wert. Und ich kenne Xabi Alonso nicht persönlich, aber rein von seiner Außendarstellung glaube ich, dass er wirklich ein absolut cooler Typ ist mit hohem Fußball-Sachverstand. Er hat einfach die Möglichkeit bekommen, letztes Jahr die Mannschaft zu übernehmen, um sie dann zu entwickeln, dann dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und ich glaube, wenn sie das konstant durchziehen, dann haben sie echt eine Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen dieses Jahr. Ich glaube, der Input und der Erfahrungswert, den dieser Trainer hat, der ist absolut unbezahlbar. Ich stelle mir eine Entweder-oder-Frage. Was glaubst du, was ist wahrscheinlicher? Leverkusen wird Meister oder Stuttgart erreicht die Champions-League-Plätze? Was ist wahrscheinlicher? Ich glaube, Leverkusen wird Meister. Die Mannschaft, die dieses Jahr da ist, wirklich, da würde ich sagen, das könnte es sein. Ich bin ganz ehrlich, ich bin in der gewissen Form Bayern München Fan, einfach nur, weil ich auch Uli Hoeneß extrem feiere. Also Fan in dem Sinne, was der Verein über Jahrzehnte aufgebaut hat. Das ist, was ich einfach sehr faszinierend finde. Aber ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass ein anderer Verein in der Bundesliga Deutscher Meister wird. Und vielleicht dann sogar einer, mit dem man nicht rechnet. Und das wäre das Schönste überhaupt. Ja, also eventuell Dortmund, hätte man gesagt, vielleicht Leipzig, was sich nicht so viele wünschen, aber Leverkusen wäre dann, oder vielleicht Stuttgart, wäre dann schon mal alles außer Bayern würden sich, glaube ich, die Menschen in Deutschland absolut einfach mal nur mitfreuen. Ja, 100 Prozent. Dann lass uns auch deine Leverkusen-Zeit so ein bisschen abschließen. Du bist zurück zu, beziehungsweise du warst erst mal vereinslos dann auch wieder. Richtig. Was war dann deine Option oder warum bist du nicht bei Leverkusen geblieben? Warum hast du nicht verlängert? Was war da Thema? Nein, das Thema war letztendlich, dass ich die letzten zwei Jahre einfach sehr, sehr viele Probleme hatte, was verletzungsbedingt betrifft. Ich habe in meiner dritten Saison leider vier schwere Verletzungen in Folge gehabt, wo ich dann auf sehr wenig Spielzeit kam. Bin dann in die letzte Saison gegangen, wo ich den kompletten Sommer übertrainiert habe. Reha plus dann Vorbereitung und so weiter und so fort. Und habe mir für die Saison extrem viel vorgenommen. Bin aber leider für mich persönlich in ein sehr, sehr großes Loch gefallen, was auch mental betrifft und psychisch betrifft, wo ich sehr, sehr mit mir zu kämpfen hatte. Und bin dann leider auch, das muss man auch ganz klar, so offen muss ich dann oder ehrlich muss ich zu mir selbst sein, dass ich dann leider auch nicht mehr an dieses Top-Niveau rangekommen bin. Aber nicht, weil die anderen besser waren, sondern weil ich einfach gerade, was die Psyche betrifft, extrem viele Probleme hatte mit mir selbst. Hatte dann zum Glück nochmal die Möglichkeit, mit dem Trainerwechsel in der letzten Saison nochmal letztendlich Spielzeit bekommen. Habe dann auch nochmal ein großes Spiel zum Abschluss gemacht in der Champions League in der E-Achtelfinale wieder in Madrid, wo ich sehr stolz drauf bin. Ja, und dann waren letztendlich die Zeichen klar, dass man in Leverkusen nicht mehr weitermacht. Wie kam der Schritt, dass du zu Für zurückkommst, wo du dann auch warst? Ja, wie gesagt, es hat sich dann in meinem Leben auch sehr viel geändert. Und ich war dann hier vor Ort, also in der Heimat, wieder in Kontakt getreten mit unserem ehemaligen Präsidenten, Helmut Haack, weil der Verein dann auch in der Situation war, die tabellarisch dann nicht so super war und habe mich letztendlich mehr oder weniger angeboten, zu helfen und weil es einfach für mich eine Herzensgeschichte ist. Leute, Fürth ist für mich wie, ja, fast eigentlich mein Heimatverein, kann man fast sagen. Ja, da haben wir uns zusammengesetzt, haben Themen besprochen und haben uns geeinigt und dann bin ich wieder zurückgekommen. Wie war deine Zeit anderthalb Jahre? Du sagst selber, du hast das Leistungsniveau nicht mehr ganz erreichen können. Du sagst, du bist ein sehr ehrgeiziger Mensch Wie ist das so für jemanden, der eigentlich weiß, er kann mehr, aber er kommt da nicht mehr ran? Wie war das für dich? Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil ich, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren in Leverkusen einfach sehr, sehr viel Energie verloren habe. Wie gesagt, nochmal, es war körperlich, ich habe vier Verletzungen erlitten, glaube ich, einfach auch von der Psyche her kam. Ich habe aufgrund der psychischen Probleme einfach sehr viel Energie verloren, habe aber dann die Möglichkeit gehabt, zurück nach Fürth zu kommen, letztendlich für mich da auch den Kreis, den Kreis zu schließen, den Weg letztendlich nach Hause gefunden, der nicht nur die Rückkehr nach Fürth zum Fußballspielen beinhaltet hat, sondern viele andere Dinge einfach auch für mich. Für mich war es klar, ich will alles dafür tun, dass der Verein weiterhin zweite Liga spielt und das war für mich die absolute Priorität. Und es hat ja auch geklappt. Richtig. Und dann kam es zum Karriereende. Richtig. Hat dein Körper nicht mehr mitgemacht? Ich glaube beides. Also ich habe für mich immer beschlossen, wenn der Körper oder die Psyche nicht mehr kann oder der Kopf nicht mehr kann, dann muss man das Thema einfach beenden. Und das war letztendlich auch so, der Verein hat mir, wir haben wirklich sehr, 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 sehr gute Gespräche mit Rashid Asusi, mit unserem Sportvorstand, gehabt, wo wir da einfach ein Zeichen der Zukunft gesetzt haben. Und ja, ich glaube, dass wir da wirklich total offen miteinander waren. Der Verein mir ein ganz klares Signal gegeben hat oder beziehungsweise auch einen Plan aufgestellt hat, wie die Zukunft aussehen könnte. Ganz klar auch mir signalisiert hat beziehungsweise mir auch gesagt hat, wir wollen dich hier nicht loswerden. Wir wollen hier, du bist einer von uns und wir wollen dich hier behalten und wir wollen dich hier entwickeln, um dann letztendlich in den Anfangszeiten zu gucken, okay, wo geht der Weg hin? Wird es Trainer? Wird es vielleicht in eine andere Schiene? Und ich habe dann nach einer gewissen Zeit für mich entschlossen, dann auch ganz klar Trainer zu werden und der Verein hat mir letztendlich den Weg dafür geebnet. Das war ja in deiner Karriere nicht immer so, dass du kein Trainer werden wolltest. Du hast mal erzählt, erwähnt, dass du kein Trainer werden willst. Wie kam das dann jetzt doch, dass du sagst, sogar hier bei deinem Heimatverein während deiner aktiven Zeit noch, wie kam das? Ja, da war ich aber tatsächlich auch ein bisschen jünger, wo ich mir gesagt habe, also das, was der mit uns erleben muss, habe ich keinem Bock zu. Aber die Zeiten haben sich dann tatsächlich geändert. Also mich hat dann immer mehr dieses Trainer-Dasein auch letztendlich interessiert, weil ich dann auch, wie ich ins NLZ kam, hier Co-Trainer der U23 war und diese tägliche Arbeit einfach mir extrem viel gegeben hat, weil ich einfach auch sehr, sehr schnell gemerkt habe, mir hört man zu, aufgrund meiner eigenen Karriere, aufgrund meiner Expertise, aufgrund meiner Persönlichkeit. Meine Meinung ist gefragt. Ich habe immer mehr festgestellt, ich kann den Jungs extrem viel mitgeben, auf dem Platz, aber auch halt neben dem Platz. Dank Entscheidungen, guten Entscheidungen des Vereins, wie ich dann auch oder wie dann entschieden wurde, dass ich Chef-Trainer der U19 werde, war für mich ganz klar, dass das der Weg ist. Du hast erwähnt, dass du viel den Spielern auch außerhalb des Platzes mitgeben kannst und du hast auch erwähnt, dass psychische Sachen für dich wichtig waren oder was heißt wichtig, eine große Rolle gespielt haben. Wie groß ist diese Rolle generell bei Profifußballern, psychische Probleme und vor allem auch, was ich auch oft gehört habe, die Zeit nach dem Fußball, dass viele ja dann extrem viel Zeit haben, wenn sie kein Trainer werden oder irgendwie Experte und gar nicht wissen, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Also zum einen ist, ich glaube, der Kopf ist letztendlich die Schaltzentrale für alles. und ich glaube, wenn du klar im Kopf bist, wenn du bereit bist im Kopf, wenn du diese Mentalität hast, jetzt wenn wir es auf dem Fußball provozieren, dann kannst du aus meiner Sicht extrem viel erreichen. Es ist letztendlich schwierig, gerade im Profifußball, wenn ich natürlich heute mit meinen Jungs spreche in der U19, die natürlich klar diesen Traum haben, diesen Wunsch haben und auch das Ziel haben und die Ambitionen auch haben, Profifußballer zu werden, was ich auch absolut fördere und ich da letztendlich auch den Begleiter gerne mache, muss man sie trotzdem auch auf dieses Haifischbeckenfußball vorbereiten, weil das ist dann letztendlich ein Hauen und Stechen. Da geht es um Prestige, da geht es um Plätze, da geht es um Geld und das müssen die Jungs einfach wissen, dass dann die vermeintlich heile Welt in der Jugend dann letztendlich auch vorbei ist. Man sieht natürlich diese Außenbetrachtung heutzutage natürlich noch ein bisschen extremer wie zu meiner Zeit, was soziale Netzwerke betrifft und so weiter und so fort, wo man dann natürlich die ganzen Jungs sieht, die dann, keine Ahnung, ein Ferrari fahren oder eine dicke Uhr anhaben und so. Das sind natürlich erstmal diese Dinge, die junge Spieler dann auch sehen erstmal. Ja, aber was alles dahinter steckt, beziehungsweise nicht nur die jungen Spieler, sondern auch die Menschen, die halt jetzt nicht im Fußball drin sind, natürlich erstmal diese Dinge sehen. Aber was alles dahinter steckt, das, klar, logischerweise kann man das als Außenstehender nicht so sehen. Und ich glaube, da herrscht schon sehr, sehr viel Druck auf einen und sehr viel Druck in dem Sinne, dass man, man muss einfach jeden Tag performen und der Körper und der Kopf muss funktionieren am Ende des Tages. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, was viele sich auch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen sollten, dieses ganze psychische Ding, weil wie du sagst, Kopf ist Schaltzentrale und wenn es da nicht funktioniert. Ich denke, es muss einfach noch, nicht nur im Fußball, generell in der Gesellschaft, glaube ich, sensibilisiert werden, weil psychische Probleme beziehungsweise Depressionen einfach ein extremes Thema ist. Wir hatten leider ein Beispiel mit Robert Enke, was natürlich sehr tragisch war. Da wurde das so ein bisschen aufgegriffen, aber ich glaube, dass das Thema einfach immer noch zu klein ist, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr viele Spieler gibt, die da einfach auch drunter leiden. Natürlich in der Außenwirkung natürlich das nicht zeigen wollen, weil man natürlich dann vermeintliche Schwäche zeigt, aber ich glaube, dann sich zu offenbaren und das ist, was ich letztendlich dann getan habe, ist für mich eine absolute Stärke, die ich für mich bewiesen habe und ich glaube, das kann letztendlich jeder tun und ich bin davon überzeugt, dass das Thema noch ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern einfach zu wenig thematisiert wird, ohne es natürlich jetzt zum Riesenthema zu machen, aber ich glaube, gerade in Vereinen und was Verbände betrifft, wie auch immer, sollte man da schon Prävention betreiben, um dann vor allem gerade mit jungen Spielern zu arbeiten, um das präventiv dann vorzubereiten auf die Zukunft. Ich habe das Gefühl, dass viele euch Fußballer einfach nur als Maschinen, sage ich mal, einfach sehen, sondern einfach gar nicht den Mensch dahinter einfach noch sehen oder wissen, dass es ihn gibt und einfach nur sagen, okay, ihr müsst spielen, ihr müsst Leistung bringen, ihr verdient genug Geld und ich habe auch noch in vielen Gesprächen jetzt gemerkt, dass es gesehen wird, dass Fußballer allein vom Gehalt jetzt, weil sie viel verdienen, alles einfach ertragen müssen und sagen müssen, ja okay, Beschimpfungen, keine Ahnung, Ungerechtheiten, ja, sie verdienen doch so viel und das ist das alles kompensiert und ich bin der Meinung, dass es nicht so ist und wie du schon ansprichst, ich hoffe einfach, dass es noch ein bisschen größer gemacht wird, dass auch ein bisschen mehr Leute einfach den Mensch hinter Roberto Hilbert oder wem auch immer jetzt sehen. Man muss das immer aus, ich denke, aus verschiedenen Perspektiven, glaube ich, so ein bisschen betrachten. Ich glaube schon, dass ein Außenstehender, der in der Branche XY arbeitet und dann ein Durchschnittsgehalt verdient und dann kommt ein Fußballer, der dann 10 Millionen im Jahr verdient oder wie auch immer, dass das natürlich ein Verhältnis ist, das ist natürlich ganz krass und dass der natürlich sagt, ey, ich kaufe ein Ticket für dieses Spiel, jetzt mach mal, das ist so diese, wo ich auch dabei bin, also wo ich das auch verstehen kann, dass man sein Geld dafür ausgibt und dann performt einer nicht so gut, wie man sich das wünscht. Aber, und das ist genau das Aber, was denke ich wichtig ist, das sind trotzdem Menschen auf dem Platz und es gibt Tage, wo man einfach mal nicht gut spielen kann oder nicht gut spielt oder nicht gut performen kann, wie auch immer. Ich glaube, das muss man einfach in einem klaren Verstand, glaube ich, relativieren und nicht immer nur dieses schöne, bunte Außenwelt sehen des Fußballs. Du hast, Geld ist nochmal zum Ende erwähnt. Wilde Frage, wenn Al Nasser dir 20 Millionen bietet, würdest du es unterschreiben. Oder was hältst du, lass uns zu der ernsten Frage kommen, was hältst du von diesen ganzen Gehältern aktuell jetzt gerade mit der Saudi-Arabischen Liga oder generell auch jetzt, bestes Beispiel, Mbappé bei Paris, wem machst du da den Vorwurf? Den Spielern oder den Vereinen, die das einfach zahlen und sozusagen, sie stecken ja eigentlich den Spieler damit in einer Situation, wo er sich dann entscheiden muss, wie er umgeht damit. Was hältst du davon? Es macht den Markt kaputt, das ist das eine, glaube ich. Zum anderen ist es einfach das Business Fußball. Wenn man einfach sich die Zahlen anguckt, was der Fußball weltweit generiert, dann ist es für mich nichts Ungewöhnliches, dass man dann solche Spieler letztendlich so finanziert. Ich glaube, damals hat es extrem angefangen mit Cristiano Ronaldo zu Real Madrid, 94 Millionen Ablösesumme oder 96, ich weiß nicht mehr genau, wo dann, glaube ich, drei Monate später der Präsident von Real Madrid gesagt hat, ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. dieses Geld ist schon längst wieder drin. Ja, aber er war auch damals mit der beste Fußballer der Welt. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass die Millionen für mittelmäßige Spieler rausgeschmissen werden. Also wenn du überlegst, 94 Millionen, damals Cristiano Ronaldo, das ist jetzt 14 Jahre her. Was kriegst du denn heute für 94 Millionen? Da habe ich das Gefühl, du kriegst ja gar nichts. Nein, also, weißt du, die Dimensionen sind viel zu groß. Damals war die Spanne einfach auch, es war der einzige Spieler, der wirklich so viel gekostet hat. Danach kam ja lange nichts mehr. Ich glaube, der teuerste Spieler dann aber 50, 60 Millionen oder so. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es überhand einfach nimmt. Ich glaube, weil es einfach der Markt aktuell so ist. Also ich glaube, China hat den Markt kaputt gemacht mit diesen extremen Gehältern. 50 Millionen in einem Jahr und so weiter und so fort. Und das hat sich natürlich dann nach Europa übertragen. Man muss nochmal, man muss aber auch trotzdem die andere Seite der Medaille sehen, dass natürlich Vereine, nehmen wir jetzt mal Paris, durch Empapé und wie sie alle heißen, da natürlich extrem viel Geld generieren durch Merchandise, durch Trikotverkäufe und so weiter, Ticketverkäufe, Fernsehgelder und solche Geschichten. Ja, wobei man sagen muss, das entsteht ja wieder auf dem Nacken der Zuschauer, weil die Tickets werden teurer. Richtig. Ein Trikot kostet mittlerweile 120 Euro. Richtig. Die Tickets kosten 100 Euro und vor allem bei Paris kosten die Tickets ja nochmal noch mehr. Die Fernsehgelder werden generiert dadurch, dass du x-beliebige Abos haben musst. bald läuft das irgendwie auf Super RTL oder so noch Fußball. Also natürlich gibt es der Markt her, aber nur weil das so erzwungen wird. Also es ist ja nicht so, dass der Zuschauer jetzt sagt, ja ich zahle gerne 10 Abos, sondern du musst es machen, wenn du den Fußball schauen willst und hast sogar keine andere Wahl. Das Interessante ist, dass es in England zum Beispiel gang und gäbe ist. Ja. Pay TV. Ja. Und da beschwert sich keiner gefühlt, aber ich bin absolut bei dir. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube auch, dass diese Zahlungen oder beziehungsweise diese Ablösesummen von 200 Millionen, was auch immer, natürlich Summen sind, die man als normaler Mensch, also die kann auch ich nicht greifen, ja 200 Millionen mal für einen überweisen, das ist natürlich eine Summe, also das ist schon galaktisch. Ich glaube, dass diese, ja wie gesagt, diese Märkte einfach kaputt gemacht werden durch diese Gehälter. Natürlich müssen die anderen dann nachziehen, jeder muss nachziehen, weil sonst kriegen wir nicht mehr die Besten der Welt. Ja. Und dann muss man das halt bezahlen. So, einen Spieler mache ich absolut gar keinen Vorwurf, weil ein Spieler 10, 15, 20 Jahre Zeit hat, so viel Geld wie nur möglich zu verdienen in diesem Business. Und dann sage ich dir, wie es ist, wenn ich ein Angebot habe von 20 Millionen aus, wo auch immer her, dann muss ich halt relativieren, wie alt bin ich, wer bin ich, welche Fähigkeiten habe, beziehungsweise bin ich in Kylian Mpapé, der gerade mal, wie alt ist der, 23 glaube ich? Ja, mittlerweile auch schon 25. 25, ich glaube, der kann die nächsten 10 Jahre noch genug Geld verdienen in Europa, der muss glaube ich jetzt nicht unbedingt nach Saudi-Arabien oder nach China oder sonst irgendwo hin. Ich denke, da wäre es dann meines Erachtens überzogen, ich glaube, so einen Karim Benzema kann ich absolut verstehen, der sagt, ich bin jetzt 35, 36 Jahre alt, ich habe alles gewonnen, was man gewinnen kann, ich habe Real Madrid auseinandergenommen, jahrelang, beziehungsweise La Liga und das nehme ich einfach nochmal mit und dann kann ich das absolut nachvollziehen. Sehe ich genauso, also ich finde auch, dass jeder für sich da entscheiden muss und den Spielern den Vorwurf zu machen ist immer schwierig, wen ich einen Vorwurf mache, ist Jungspielern, die dann zum Beispiel in eine Liga wie Saudi-Arabien wächst, also wenn jetzt Neymar, nicht Neymar, wenn jetzt Mbappé bei Paris bleibt, weil er da mehr Geld kriegt als bei Real Madrid, okay, dann hat er sich für das Geld entschieden, aber wenn er sich entscheidet dafür, anstatt zu Real Madrid zu gehen, in die saudi-arabische Liga zu gehen, dann mache ich ihm einen Vorwurf. Absolut. Weil, wie du schon sagst, der ist 25 Jahre alt, der hat noch alle Zeit der Welt und hat schon genug Geld verdient, also es ist eigentlich, dass man jetzt sagt, der hat bis jetzt schlecht verdient, also der hat jetzt nicht am Hungerlohn genagt. Dann lass uns mal auch zu einer Frage kommen, wie schwierig war das denn für dich oder generell für euch als Fußballer zu eurer Zeit, wo die Gehälter noch ein bisschen niedriger waren als heute, mit welcher Angst hat man da gelebt, finanziell auszusorgen? Ich sage mir, ihr habt trotzdem gut gelebt und auch sehr gut verdient, aber vielleicht ein Zweitliga-Profi hat wahrscheinlich vor 15 Jahren nicht so viel verdient, wie er heute verdient. Mit welcher Angst oder mit welchen Gedanken geht man im Voraus schon rein, vielleicht vier Jahre vor Karriereende oder fünf Jahre vor Karriereende? Ja, Angst, ehrlich gesagt, gar nicht. Also ich verspüre, ehrlich gesagt, keine Angst oder hatte keine Angst. Also ich denke, Angst ist der falsche Begriff, aber vielleicht, ja, es ist immer eine Frage, wie man auch lebt, also wenn man natürlich, auch wenn man viel verdient, kann man auch über seinen Verhältnissen leben, die Beispiele gibt es auch, und es ist immer eine Frage, wie man letztendlich mit seinem Geld umgeht oder mit seinem Investment oder wie auch immer, jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen, sein Geld letztendlich irgendwo anzulegen oder ja, gibt es verschiedene Sachen, Immobilien, Aktien, was auch immer. Ja, ich glaube, wenn man halbwegs, und das ist für mich immer so das Entscheidende und das ist, was ich auch wieder für mich heute einfach nutze, meinen Jungs ganz klar zu erklären, nicht zu erklären, ich bin kein Finanzberater oder sonst irgendwas, aber ihnen einfach ganz klar sage, achtet auf eure Geld und achtet auf das und egal wie viel ihr verdient, guckt, dass ihr immer wenig ausgibt, wie ihr verdient am Ende des Tages, so simpel wie es ist, so simpel ist es am Ende des Tages auch. Wichtig ist einfach, dass man ein gesundes Umfeld hat, Eltern hat, die natürlich auch wissen, wie man Geld verdient, unabhängig wie viel das ist, sondern wir haben Spieler bei uns, wo Eltern letztendlich ganz normal schaffen gehen und ich glaube, das ist schon mal eine Basis, die glaube ich schon für die Jungs sehr, sehr gesund ist. Klar, wenn du jung bist und ein bisschen mehr verdienst, wie vielleicht, wie es vielleicht normal ist, dann soll man auch leben und man soll sich auch was gönnen, um Gottes Willen, ich möchte das gar keinem irgendwie verwerfen, aber am Ende geht es darum, sein Geld irgendwie in irgendeiner Form, wie es für jeden auch passt, zusammenzuhalten und auch wenn man es ins Kopfkissen steckt, dann ist es halt. Also damit könntest du 100% Finanzberater werden. Okay, dann lass uns zurück nochmal zu deiner Karriere kommen. Also ich muss mal nochmal so ein bisschen erwähnen, was für eine Karriere du gemacht hast und gegen wen du auch alles gespielt hast. Du hast gegen Rolaldino gespielt, gegen Messi, gegen Benzema, gegen Terriori, gegen Iniesta, gegen Xavi, gegen Puyol, gegen wie sie alle heißen, Rooney. Gegen Cristiano Ronaldo hast du nicht gespielt? Leider nicht. Findest du es schade? Absolut. Also es gibt für mich zwei Vereine, wo ich wirklich etwas traurig bin, dass wir nie die Möglichkeit hatten, gegen die zu spielen. Es ist Real Madrid. Ich hätte gerne in Bernabeu gespielt und ich hätte auch gerne in Liverpool mal gespielt. Aber am Ende, du hast ja schon einige aufgezählt. Ich glaube, damit kann man auch leben. Ja, und ich glaube, das sind jetzt nur ein paar, die ich erwähnt habe. Aber du, Cristiano kann auch froh sein, dass er gegen mich nicht spielen durfte. Ja, besser für ihn. Er sogar noch auf der linken Mittelfeldposition gegen dich wäre schwer geworden. Wer war dein bester Mitspieler und wer war dein bester Gegenspieler in deiner ganzen Karriere? Ich glaube, vom Können her, mein allerbester Mitspieler war Riccardo Goreschmo tatsächlich, der das größte Talent mitgebracht hat und auch die Fähigkeiten, die nicht viele haben auf dieser Welt oder hatten. Und mein bester Gegenspieler war definitiv Ronaldinho. Ja, das ist auch unumstrittbar, dass er der beste Gegenspieler war. Okay, dann lass uns mal nochmal zu dir kommen als Trainer oder auch als Spieler auch eine gute Frage. Was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied zwischen einem Bundesligaspieler und einem Spieler in der Regionalliga? Weil sie können ja ungefähr von den fußballerischen Fähigkeiten das gleiche. Ein Regionalligaspieler kann gut schießen oder flanken Bundesligaspieler eventuell auch. Was ist da so der größte Unterschied? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, was dann letztendlich dazu führen, in der Bundesliga zu spielen oder in der Zweite Bundesliga, wie auch immer. Klar, brauchst du ein bisschen Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ja, am Ende des Tages gibt es dann Unterschiede. Du kannst, ja, es gibt welche in der Regionalliga, die sind bekannt dafür, gute Freischlüsse schießen zu können und das war es halt dann. Okay. Das sage ich jetzt mal übertrieben. ja, du weißt, was du meinst. Ich glaube, ein Bundesligaspieler kann einfach vieles und das macht dann, glaube ich, am Ende den Unterschied. Was würdest du sagen, was war deine größte Stärkung, was war deine größte Schwäche als Spieler, fußballerisch gesehen? Ich glaube, ich habe für mich einfach zu wenige Tore gemacht, also ich hatte viele Möglichkeiten, viele Tore zu schießen. Ich glaube, meine absolute Fähigkeit war einfach mein Wille, mein Ehrgeiz, meine Ausdauer, meine Schnelligkeit. Ich war ein sehr guter Flankenspieler, ja, ich glaube, das war so, ich konnte gut verteidigen. Und was war deine größte Schwäche? Irgendjemand muss, eine Schwäche hat jeder, ich kenne keine Schwäche. Linker Fuß? Der geht besser, das stimmt. Na, dann haben wir doch etwas. Okay, du bist Trainer heute bei der U19. Richtig. Wie läuft es? Gib mir eine Einschätzung. Also zum einen läuft es erstmal, läuft es super, also das muss man dazu sagen. Das Schöne ist, dass ich zum einen natürlich einen sehr guten und einfachen Weg in diese Trainerschiene hatte, aufgrund dessen, dass der Verein mir einfach diese Möglichkeit geboten hat. Dafür bin ich zum einen extrem dankbar, zum anderen muss man dazu sagen, habe ich mich da extrem reingelebt in diese Funktion als Cheftrainer, vor allen Dingen auch. Habe die Mannschaft damals übernommen, habe sie letztes Jahr mit, also nicht nur ich, sondern mein Trainerteam und ich natürlich und mit meinen Spielern haben wir einen richtigen, ja, wir haben eine richtige, gute Verbindung aufgebaut, um dann für uns dann den Weg einzuschlagen, den wir uns vorgestellt haben. Heißt, wir sind letztes Jahr wieder in die Bundesliga aufgestiegen und haben das letztendlich mitgenommen in die U19 Bundesliga und stehen aktuell auf Tabellenplatz 5, wo wir absolut zufrieden mit sind, also für den Moment zufrieden. Zufrieden sind wir nie, aber wir können wirklich von sehr, sehr positiver Entwicklung meiner Spieler sprechen, ja, wir haben sehr, sehr viele Spieler, die im Fokus der Profi sind. Wir haben einen Spieler mit Dennis Fafroth, der einen Profi-Vertrag unterschrieben hat und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir in der U19 in der Gesamtheit, also nicht nur ich, sondern mein gesamtes Trainerteam und meine Jungs eine sehr gute Arbeit leisten. Was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Was muss ein guter Trainer mitbringen oder was würdest du denn gerne auch als guter Trainer mitbringen? Also ich glaube zum einen das eine ist, das ist aber für mich der kleinere Teil, ist, du brauchst für dich eine klare Spielidee, was macht meinen Fußball aus, wie soll es sich auf meinen Fußball anfühlen so auf dem Platz, wie trainierst du dann am Ende des Tages? Aber ich glaube so, der Großteil ist einfach auch Empathie, ich glaube es ist Menschenführung und ich bin davon überzeugt, wenn ich einen Spieler am Herzen packen kann und gepackt habe und mein Vertrauen ja, es ist natürlich auch gegenseitiges Vertrauen und Überzeugung und wenn man einem Spieler mir vertraut, dann glaube ich, ja, kann ich denen gefühlt alles erzählen, die machen es dann auch und das ist, ja, es ist immer ein gegenseitiges Vertrauen, glaube ich und diese, diese Menschenführung und wenn ein Spieler einfach weiß, ey, der Trainer ist immer für mich da, der beschützt mich, wenn es sein muss, der hilft mir, wenn es sein muss, der gibt mir aber auch einen Arschschritt, wenn es sein muss und nimmt mich dann wieder in den Arm, wie auch immer, ich glaube, dann hat man schon ganz, ganz viel erreicht. Ich glaube, das ist der Grund, warum dann auch so Trainer wie Simeone oder wie Guardiola dann auch die sind, die sie sind. Genau. Du hast mal erwähnt, dass du gerne Cheftrainer beim FC Bayern in München werden möchtest, habe ich so mal am Rande gehört. Ja, ich glaube, da wurde ich gefragt, was mein Ziel ist, mein Ziel ist, Bundesliga-Trainer zu werden und was natürlich so das Nonplusultra wäre und klar, in Deutschland ist das Nonplusultra, in der Bundesliga ist der FC Bayern und ich strebe immer nach dem Größten, aber mein erstes Ziel ist es, hier in Fürth erfolgreich zu sein, den Verein hier mit meiner Art und Weise einen Mehrwert zu geben und für mich die absolute Traumvorstellung ist es, mit meiner U19 sehr viel Erfolg zu haben, Schritt für Schritt das Ganze anzugehen. Was glaubst du, ist das Schwerste am FC Bayern-Trainer sein? Der öffentliche Druck. Ja, man muss wissen, also das ist einfach so, wenn man Trainer des FC Bayern wird, wenn man Trainer von Real Madrid wird, wenn man Trainer von Manchester City wird, vom FC Barcelona, von Besiktas Istanbul, wie auch immer, dann ist klar, man will immer alle Titel gewinnen. So, und das ist der Druck, der dahinter steckt und das muss man wollen, das muss man können, das muss man wissen. Es gab schon viele Beispiele, die sich daran versucht haben und gescheitert sind, was aber auch nicht schlimm ist und auch nichts Ungewöhnliches. Es gab auch sehr viele Beispiele, die gesagt haben, ja, kein Problem, machen wir und das am Ende des Tages geschafft haben. Ich glaube, das ist einfach dieser öffentliche und generelle Erfolgsdruck, den man sich selbst auch gibt, was auch völlig zurecht ist. Ja, und am Ende muss man das als Trainer einfach wissen. Okay, dann stelle ich dir abschließend die letzte Frage. Du bist jetzt Trainer der U19, was würdest du aus deiner Sicht jeden jungen Spieler oder auch jungen angehenden Profi als Tipp mitgeben für seine Karriere? Der Unterschied und das ist, glaube ich, was ich jedem einfach definitiv mitgeben möchte, ist Disziplin. Ich glaube, Disziplin ist der Unterschied zwischen Erfolg und weniger Erfolg. Disziplin beinhaltet für mich viele, viele verschiedene Punkte angehend mit Disziplin, was seinen eigenen Körper betrifft. Ja, daran zu arbeiten, einfach körperlich besser zu werden, stärker zu werden. Ja, die Basis abzurufen, abrufen zu können. die Basis beinhaltet für mich letztendlich Grundtugenden, die man, glaube ich, haben sollte. Wenn man immer wieder Basistraining macht, sage ich jetzt mal so, mit rechter Fußball führen, linker Fußball führen, ist das für viele erstmal so, kann ich doch. So, aber ich glaube, das macht den Unterschied aus zur Topspitze. Die können die Basis einfach im Schlaf darüber hinaus kommen, ja, wie Sachen wie, es sind einfach Dinge wie Ernährung, wie Sachen wie Pünktlichkeit, immer mehr machen wie andere, beziehungsweise mehr machen, wie der Trainer auch vorgibt oder sagt, ja, Disziplin ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Dazu kommt, psychisch klar zu sein, ja, mental klar zu sein, die Dinge richtig einzuordnen, aber am Ende kommen wir immer auf das selbe Ergebnis, Disziplin. Das ist für mich das oberste Gebot. Ich glaube, das ist das perfekte Ende, Roberto Hilbert. Ich danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte, war mir eine Ehre, wirklich mit dir ein Gespräch zu führen und ich muss sagen, auch sehr intensives Gespräch meinerseits. Freunde der Sonne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal kostenlos, abonniert auch gerne Instagram von Roberto Hilbert, ich werde natürlich alles unten verlinken. Mit deiner Hilfe kriegen wir auch noch den ein oder anderen Spieler von Stuttgart oder vielleicht auch von Leverkusen ran. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr Mario Gomez hier bei Erzähl mal haben würdet. Ich glaube, das wäre ein lustiges Video. An dieser Stelle danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.